ja ein wunderschönen guten morgen nachdem es gefühlt eine halbe stunde gedammert hat bis kommenden endlich geladen hat bin ich denn jetzt für euch da um viertel nach neun ja tausend ist grästlichste schweißmänner guten morgen sechsen ja es tut mir leid das hat ewig gedauert heute morgen zum laden ich habe bestimmt um viertel vor oder zehn vor neun schon angefangen ich weiß nicht warum der heute morgen so lange braucht ich weiß anhört er hat auch bei ob er ist jetzt so ewig lang gebraucht zum laden ich irgendwie spinnt er heute morgen ja und schwer zu erkennen wir hatten ja gestern angefangen unsere schnecke hier die ammina auszubilden und ja die hat nichts mehr er hat genau man mussten essen unter anderem für die machen ja haben wir unseren beutel schon leer ne fast ja six wie geht es dir denn wo sind denn meine kühlschränke er steht hier der luchs hat sich dahinten festgesetzt du warst schon schneller als team elements ja war ich faktisch sofort da also gerade so ein paar sekunden und da warst du schon da also extrem schnell den kiefer du hast ein backenzahn oder irgendwas zieht gezogen gekriegt da war doch was ja ja also du machst definitiv extrem schnell ich lasse normalerweise ja auch immer ein paar sekunden verstreichen bis ich mich melde da warst du praktisch schon da noch welche in auftrag geben so dann würde ich fast sagen ich glaube beide kann ich ja noch keine oder stahlpfeile kann ich ja gut dann warten wir bis wir die rassierwässer pfeile haben die fand ich mal ganz witzig so ein gefängnis schlüssel hammer weil mal dahinten ja nicht weiter gekommen sind montag gezogen gestern noch mal ein knochen ja jetzt hatte ich auch mal dass sie am kieferknochen rumgekratzen mussten und dann hieß es dass ich auf der seite nicht mal ein brötchen kauen darf weil ich mit selbst damit hätte den kieferknochen abbrechen können ich durfte auf der seite faktisch gar nichts essen ganz lang sogar musste ich ewig aufpassen weil der knochen ganz dünn dann war es ist nicht lustig ja kann ich mir lebhaft vorstellen so wir sind dann so weit ich bin zu leise ich habe ein mikrofon jetzt der ausschlag ist eigentlich so wie immer so zwischen dreiviertel bis gelb ja ich also ich habe seit mittwoch habe ich ein mikrofon aber der ausschlag ist eigentlich in ordnung der müsste passen ich bin bei drei viertel grün bis gelb eigentlich laut genug wo stumm ich von der Aschung wusch und höhere dringend ich weiß es nicht ich weiß es wirklich nicht theoretisch müsste es passen aber ich kann auch mal gucken ob er da unten dieses dings noch mal verstellt hat Taskmanager nee es war der falsche nicht dem Taskmanager zieh dich mal noch ein bisschen runter das war das falsche ja wie gesagt normalerweise passt es ja warte mal jetzt muss ich mal gucken nee da nicht das ist völlig falsch ich bin heute morgen verpeilt windows zickt aber im moment auch wieder rum dass er mir ständig die einstellungen vernagelt keine ahnung was der da wieder macht mensch ist der heute langsam das nervt der ist ja in allem lahm ja wenn er dann mal die die dinge aufrufen würde der ist ja mein computer ist heute morgen sehr nahm also ob es steht komplett auf 100 also da kann ich nicht mehr lauter machen wie es ist mikrofon ist eingestellt alles gut also die lautstärken stimmen komplett auf 100 prozent das geht nicht lauter und wie gesagt das mikrofon ist bei fast gelb im ausschlag also wenn ich das noch lauter machen fliegen anderen leute die ohren weg glaube ich ja genau ja ich weiß nicht was er hat also wie gesagt ich habe es komplette lautstärke eingestellt warum der da jetzt so rumzickt ich weiß nicht wo ich sonst noch lauter tränen soll wie gesagt ob er steht auf 100 prozent lauter kann ich sogar nicht stellen das mikrofon hängt fast von meiner goschen ähm ne wo soll ich denn das sonst kann ich hier nichts einstellen bei twitch ne bei twitch bei twitch kann ich doch nichts machen die interessiert es nicht da kann ich schon einige sachen machen aber lautstärken oder den stream also von hier von lautstärken und so dort geht hier gar nichts wie gesagt eine obs habe ich geguckt steht auf 100 prozent ähm na oder geht es nicht das ist ein schweres nicht was ich einstellen sollte ich kann noch mal gucken warte mal ich rufe das gerade noch mal auf wie gesagt es ist das dauert halt morgen alles irgendwie schrecklich lang na 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 noch mal Einstellungen, System, ich glaube dem Computer geht das Wetter heute morgen auch auf den Keks. So, Sound, erweiterte Sound Einstellungen, also die Hauptlauenstärke meinst du, so ist dann jetzt vielleicht besser, jetzt habe ich das mal so 20 Punkte höher gedreht, ist das dann jetzt vielleicht besser, dann stellen wir Steam noch auf 100, dann müsste dir das Spiel wird noch ein Stück höher hängen, oh das war schon fast 100, die versäumte Zeit, ja ich habe jetzt die Hauptlautstärke, die Hauptsystemlautstärke habe ich jetzt höher gedreht, ja habe ich, die habe ich von 50 auf 70 hoch gedreht, müsste es eigentlich schon lauter sein, ist es jetzt besser oder nicht, bla bla bla, test, 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 die versäumte Zeit hänge ich hier dran, wieder tut sich gar nichts, gehen wir mal auf 80, da muss ich nachher dran denken, wenn ich Fernsehen gucke, jetzt gucke ich irgendwas über Dings und dann fliegen mir die Ohren weg, hört er mich jetzt besser, theoretisch, das ist ja lustig, dann kann ich das ja wieder auf normal stellen, ja dann weiß ich nicht, wo ich da noch was drehen kann, weil ich habe jetzt eigentlich alles, was mir einfällt, lauter gedreht und ja theoretisch ist da alles jetzt an, was an kann, ist ja komisch, ist alles auf 100, da komme ich nicht mit klar, das überfordert mich, moin Raffi, aber wie gesagt, ich habe jetzt wirklich keine Idee mehr, wo ich euch noch lauter drehen könnte, ich habe mal Audio, hier kann ich nichts einstellen von Lautsprecher, Ausgabe auch nicht, ich habe alles eingestellt, wo ich was einstellen könnte, wie gesagt, ich habe alles auf 100% und wenn selbst die Haut Lautstärke bei euch nichts tut, habe ich langsam jetzt keine Idee mehr, tut mir leid, ja, tut mir leid, ja, und hier wird es dunkel, es ist aber hoffentlich nur Nacht, ja, das sind Sternchen, hängt er sich jetzt auf oder was, ne, ich habe ein Mikrofon jetzt, ich habe jetzt ja Zeit, also eigentlich Zeit Mittwoch für euch, habe ich ja das Mikrofon, Peter ist kein Regler dran, nein, das hast du herangesteckt und dann hast du, ja, hat das gange, ohne viel Schiss, ich kann hier mal kurz den Stecker neu rein und raus, Moment, System sucht, ja, ich bin jetzt wieder da und habe den Stecker nochmal rein und raus, also, jetzt ist definitiv keine Idee mehr, wo noch was sein könnte, Halt die Klappe, Raffi, du weißt ganz genau, was gemeint ist, schlimm, Nee, ich weiß jetzt wirklich nicht, ich habe alles auf 100 stehen und ich habe keine Idee, wo ich euch noch mehr auf die Ohren drücken könnte, ich habe alles lauter gemacht, was mir eingefallen ist, hier, ganz bestimmt, dann bin ich ein paar Minuten heißer, dann habt ihr ganz, ganz furchtbar viel davon, So, ich habe jetzt, wo ist die Tante da? So, ja, wie gesagt, ich bin, Überfordert, ich weiß nicht, wo ich euch da noch was mehr auf die Ohren geben kann, Ja, der ist sowieso, ich glaube, der braucht das, Das ist sowieso, ich weiß nicht, wo im Leben habe ich nicht, wo ich euch das Ja, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Na toll. Und der Getreue hier. Wunderbar. Ach, wir wollten doch erst essen. Jetzt laufe ich wieder los und die hat nichts zu essen in der Tasche. Hallo, komische Schildkröte. Superaktive Schildkröte. Wer hat Frühstück gemacht? Raffi? Bin ich mir nicht so sicher. Ich? Da, lecker Hafersuppe kannst du haben. Schleimsüppchen. Ein Kaffee ist ja sowieso immer da und Tee, ne? Und, ne? So. Ich hoffe, ihr könnt euch meine liebliche Stimme selber etwas lauter machen. Ich habe wirklich keine Idee mehr, wie ich das besser machen kann. Tut mir leid. So, einmal. Man kann sie noch weniger tragen, aber was soll's. Ja, ne? Wenn man irgendwas mit Wasser bauen könnte, würde ich ja sofort machen, aber leider geht das ja nicht. Raffi, du wirst frech. Du wirst ganz schön frech und dann wunderst du dich, wenn ich das Dunkelholz auspacke. Und dann wunderst du dich. Oh, Eisenohr. Wie ist einer, der halbwegs nett ist. So. So. Rüfft die Tante hinter mir her, ja. Moin, Feier. Ne, du? Alles schick bei dir. Ich seh's, ne? Du bist fies. Das hört sich nach Asha an. Ich seh's, ne? Ja, ein Lux schafft sie schon fast. Das ist schön. Ja, mein Lieben. Und du? Ach, ich hab's groß. Ich hab noch was gehört. Es gibt doch eine gefallene Enge. Also, ehrlich. Womit hab ich das schon wieder verdient? Wie ist es bei dir, Feier? Du fährst jetzt dieses Wochenende nach München, oder? Wie war das? Oder warst du schon dort? Nicht deine Frage. Was für eine Frage denn jetzt? Was hab ich denn übersehen? Achso. Richtig. Okay. Okay. Dein Fleisch brauche ich jetzt grad nicht. Ja, ist mir grad aufgefallen, ja. Ich glaub, Eisen versucht grad diplomatisch zu sein. Also, am Wochenende fliegst du, okay. Also, am Sonntag eigentlich erst, okay. Da fliegst du mitten in der Woche rüber. Was hier Pilze stehen. Guckt euch das mal an. Leider ist das ja alles nur eine Sorte. Aber was das an Pilze sind. Und da will ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Da sind wieder diese komischen Viecher. Da will ich gar nicht hin. Sag ich jetzt mal nichts dazu? Das ist das Riesen-Grogo. Nee, da gehen wir noch nicht dran. Nein, nein. Ah, ah. Da gehen wir noch nicht dran. Komm. Wir schleichen uns hier entlang. Es ist ja immer schön, wenn ich den Berg runter springe und dann zwei Meter weiter sehe ich, oh, da hätte ich auch laufen können. Yeah. Glückwunsch. Ich werde mir das auch einfach haben können, oder? Ja, klar. Na gut. Kommt jetzt wieder der dämliche Sturm. Ja, ist ja klar. Ich bin unterwegs und muss es ja dunkel werden. Stell dir vor, du bist unterwegs und siehst gut. Na, 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 na. Ich habe ihn, Mann. ich war doch nur zu hause für tasche leer zu machen und arminia essen zu machen und schwupp ich laufe voll ins viech rein und sehe es nicht ich gucke gleich die nächste an du bist aufgestiegen wieder sie ist jetzt schon stufe acht na denn ich wollte noch gucken welche rüstung wir gelernt haben naja jetzt ist zu spät müssen wir mal dran denken wenn wir wieder daheim sind ich habe doch eine rüstung gelernt da in diesem einen bunker wo mehr drin waren tempel oder was das da war wo wir dann ganz fluchtartig wieder raus mussten weil die dinger dazu stark mir doch was gelernt ich habe mich das noch gar nicht angeguckt was willst du denn von mir das sieht ja lustig aus guck mal was war das habt ihr das gesehen sind die wolken über das ding star gefallen werden sollten wir uns mal angucken das sieht ja echt lustig aus es glümmen ist de vielleicht ist da aber auch der dings der malstrom drüber ausgegangen dass das deswegen so lustig ausgesehen hat ja ich wollte jetzt nicht zu diesem tempel da da haben wir ja die katze drin verloren da will ich jetzt ein geschnitten dafür ist unsere tante noch zu klären hörte die raben ihr kennt ja den unterschied zwischen raben und krähen die krähen machen rar und die raben machen krähen ihr müsst also einfach nur hinhören und dann wisst ihr was für ein komisches wie ich da gerade um euch rumflattert aussehen tun sie sich ja relativ ähnlich aus der schreibe anders das und krä krä macht halt die krähe das sind normale schildkröte äh quatsch ich glaube hier waren wir noch nicht was ein schiffsrück guckt euch das an der hinkt noch nicht einen halben mast raus diese hässliche trönen wer kommt auf eine idee köder mit mit hyänen sich kreuzen zu lassen und dann und dann Ja, und dann hüpfen wir mal. Irgendwas greift uns an. Nö. Die Hygiene da oben macht Stress. Kommt aber nicht an uns dran. So. Wir sind jetzt gleich an diesem Strand. Fast perfekt. So. Nette Buchten. Dann gucken wir mal, ob es bei diesem lustigen Schiff was zu holen gibt. Was ein Riesenteil. Guckt euch das an. Was für ein Riesenteil. Gehen wir mal tauchen. Oh, aber zum nächsten Errungenschau. Äh, also was kun. Alter Mann. Gold. Immerhin. Schon allein dafür hat es sich gelohnt, ne. Da kann man nichts machen. Wer auch immer in diesen Käfigen war, der hat es leider nicht überlebt. Dumm gelaufen. Warte mal, ich muss Luft holen. Sonst überliebe ich das Ganze auch nicht so ganz. Das sind jede Menge Kisten. Und nicht schlecht. Was zu suffeln. Boah, was da ein Haufen Kisten sind. Was da auch immer drin gestorben ist. Das war endgültig. Grausam. Eingesperrt. Konnte sich nicht befreien. Du liebes bisschen. Erstmal wieder Luft holen. Wir haben mal wieder nur ein bisschen Wein und so, ne. Ich mein. Was ist das denn? Dschungel. Ach, Dschungelkrog. Okay. Du meine Güte. Und wieder runter. Brauchst du noch mehr schickes Adok? Doch, das Dattie habe ich definitiv noch nicht gehabt. Da ist wieder Gold und Zeug drin. Wäre ja schade gewesen. Da ist Silber drin. Ich würde sagen, wir haben hier ordentlich was geplündert. Die hatten wir. Die hatten wir. Wie es jetzt mit Atemluft ausgeht gerade so noch. Ja. Immerhin 15 Gold haben wir in diesem Schiffswrack gefunden. Das ist... Kann man haben, ne. Kann man haben. Das kann man doch haben. Ich glaube, ich habe hier jetzt auch alles. So grüner Boden. Was das hier vermoßt ist. Veralkt eigentlich, besser gesagt. Da ist noch eine Kiste. Oder? Ne, die ist auch offen. Ich würde sagen, dann habe ich alles. Cool. Ich habe hier einen Schiffswrack gefunden. Jetzt hat der Mahlström begonnen. Da denke ich. Wieder was Tolles g'findet. Alter Mann. Okay. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie ein Land kommen. Wie geht das hier auch? Wie geht das hier auch? Also, ich habe hier auch noch einen Schiff. Wie geht das hier auch? Nein, 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 nein. Jaan! Schwum 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 So, dann wird jetzt hoffentlich unsere Schnecke wiederkommen Na komm schon Ne Doch nicht Wie? Ich kann da nicht hinkommen, wollen die mich jetzt veräppeln? Kommt die Pussy nicht zu mir Feierbettet auch schon wieder Schlimm 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 Hm, hier ist das Wasser nicht mehr so tief Jetzt könnte die Pussy aber mal wieder angelatscht kommen Jetzt guck dir das mal an, die weigert sich Das geht ja wohl gar nicht Wofür habe ich die? Schwing deine Was auch immer her Wie ich das liebe Hier hat's hübsche Palmen Sieht so nach Urlaubsinselstück aus Sieht so nach Urlaubsinselstück aus Und es klingt nach Dschungel Kommt die jetzt echt nicht mehr her? Was soll denn der Käse? Ich brauch doch nur her zum Zuropsen Was soll denn der Käse? Schwing deinen Hintern her Hältet ihr die Frische? Quark, Quark, Quark So lange es nicht nach Dschungel riecht So lange es nicht nach Dschungel riecht Es fährt sich aber schon schwer danach an, huch Ich denke Ich glaube Wo ist die Tussi wenn ich sie brauch? Echt jetzt? Ich kann mich nicht heilen Weil die blöde Pussy nicht da ist Weil die blöde Pussy nicht da ist Flucht Was ist das denn wieder für ein Scheiß? Das sind Bugs, die hasse ich wie die Pescht Dass die nicht einfach mitkommt Und Nee, sie ist zu bequem Und hockt mit ihrem Ersch Was weiß ich worum Statt hierher zu kommen Es regt mich auf Ich muss was essen Ich muss was essen Das ist nicht lustig Ich sterbe weil die zu doof ist herzukommen Also Es ist zumindest ein Treier Den ich natürlich nicht packe Den Träger, den hätte ich gern Hab ich den gar nicht getroffen, oder? So Jetzt Jetzt kommt Felix Aloi Nein, natürlich nicht Nö 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 Tschüss Es war ein Versehen Ich wollte doch nur den einen Nö 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 Au Au Das war jetzt nicht fair Habt ihr das gesehen? Der kommt einfach hinterher Jetzt läuft der weg Jetzt nicht Ich bin Ich bin glaube ich. Ja, diesmal habe ich ihn. Gut. Und dieser faule Träger. Guck mal, der greift von allein nicht an. Deswegen ist es wahrscheinlich auch gar nicht gut, die als Kämpfer mitzunehmen. Weil der von allein nichts macht. Der macht ja gar nichts. Der verteidigt sich ja nicht mal mehr. Was stand du für einer? Es sind gestern noch zwei Begleiter, die mit Löffel in die Sonne gestorben, weil ich mich nicht vom Kampf wegbekomme. Ja, das ist manchmal so ärgerlich. Das ist mir nämlich auch schon passiert. Einer meiner Lieblingssklaven, einer meiner besten Sklaven, den ich auf einem anderen Spielstand hatte, hat sich einfach geweigert, aus dem Kampf sich zu lösen und ist deswegen verreckt. Er ist mich so aufgeregt. Ich könnte es sagen. Der ist fast geheult. Der ist nur gestorben, weil der einfach nicht reagiert hat. Das hätte nicht sein müssen, was? Das sind Sachen, da reg ich mir auch mal auf. Das ist noch mal Gold und Silber drin. Da hat es sich ja gelohnt noch. Wow. Wieder irgendwelche komische Sachen. Und die Pussy ist immer noch nicht da. Behauptet immer, das Ziel ist für sie nicht erreichbar. Das wäre anders, wenn hier Affen in der Nähe wäre. Lieblingssklaven, Lieblingsviecher, das ist, man gewöhnt sich halt dran, ne? Und wenn es nur Pixel sind, man gewöhnt sich dran. Schlimm, das. Jetzt wird es dunkel, oder? Ja, es wird Nacht. Ich bin so viel von so komischen Sachen, wo wir noch gar nicht wissen, was wir damit anstellen. Ne, das ist, das da kann ich bestimmt reparieren. Ja, das kann ich reparieren. Sehr schön. Da möchte ich mich dafür genug Eisen, Knochenmehl, naja. Wir haben wieder so Untotenbeschichtungen gefunden. Oh, Stahlfachen habe ich auch. Dann kann ich doch auch das Schwert reparieren. Sehr schön. Und schon haben wir auch ein bisschen weniger Gewicht dabei. Gehärteter Stahlfall. Das kann ich rausmachen. Oh Gott, das muss ich jetzt auch nicht unbedingt schleppen. Irgendwie ist das auch schön, aber eben nicht, wenn man einen Fehler nicht spielt. Ja, ja. Ich sag hier, wenn man halt Pech hatte und die deswegen sterben, ja gut, aber wenn das halt nicht reagiert, weil irgendwo ein Bug drin ist, ja, das riecht mich dann auch mega auf. Du rennst und rennst und rennst und versuchst alles und dann, ne? Könnte man doch heulen. Was ist das so dunkel hier? Das ist nicht gut. Brauchen wir einigermaßen sicheren Standort, müssen kurz warten, das hilft nichts. Das ist zu dunkel. Jetzt müssen wir echt warten, bis der dämmliche Strom da aufhört. So. Davon haben wir nur eins und gönnen wir uns mal einen Rum. Da haben wir nur einen. Nöde. Wie bin ich im Gewicht aufgestellt? Ich schwöre euch, die verteilen bestimmt nur so viel rum, damit mehr zu besoffen sind zum Kämpfen. Ganz bestimmt. Mädler abfüllen, ne? Kann sie sich nicht wehren. Heidenai. Hix. Hix. Apropos, wenn ich schon mal am Wasser stehe. Flasche auffüllen. Es könnte jetzt langsam mal heller werden. Wir sind zu mich. Oh, jetzt haben wir Kopfschmerzen. Aua. 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 Es ist uns erst recht schlecht. Erst besoffen und dann Kopfweh. Armes Ding. Dann weigert sich noch die Sklavin herzukommen. Frechheit. Das ist so eine faule Tusse. Ich muss doch nur herkommen. Die porten doch sonst immer hin und her. Ja, Feier. Das ist mir klar. Aber sorry, ich habe keine Milch im Gepäck. Ich habe nur richtig gute Sachen. Ich will nicht in die richtige Richtung. Kann ich nicht eben getrunken? Was ist das denn? Ein Rudel irgendwas? Das kann ich doch nicht erkennen. Ach, ihr. Ach, euch kenne ich doch. Das ist ja mal Hallöchen. Lange nicht mehr gesehen. Ihr seid die Babys davon. Bei euch will ich nichts. So, Mahlström geht weg. Man hört dieses Geräusch. Ja. Guten Tag. Juhu, es ist Licht. Moin, Dirk. Na, alles schick? Schön, dass mein getreuer der Minitions aufsteigt, wenn sie schon nichts arbeitet. Sie levelt zu Minitions. Toll. Ich weiß nicht, ob ich jetzt lachen oder heulen soll. Nee, die weigert sich mitzukommen. Da. Die ist hier stehen geblieben und weigert sich mitzukommen. Und, wie geht's dir so? Jede Menge Babys. Oh ja. Ich habe eben ein riesen Schiff gefunden, ein Wrack und seitdem weigert die sich mitzukommen. Ups, was ist das denn für... Die Viecher kennen wir doch auch schon. Hässlich wie die Nacht. Komm her. Stirb halt ein bisschen schneller. Sonst bin ich nämlich tot. Ich drücke zehnmal den Saft trinken. Sie macht's nüt. Die ist so dämlich. Ey, da drückst du die Finger blutig auf den Tasten und die reagiert nicht. Heidanei. Ich lebe noch. Ich reg mich nur gerade auf. Heidanei. Weil die wieder nüt macht, was sie machen soll. So. Mehren. Wo ist denn die Schildkröle? Komm mal her, Ba. Komm mal her, habe ich gesagt. Einfach probieren. Das geht nicht rein. Das geht nicht rein. Das geht rein. Das geht rein. Das geht rein. Das war's schon. Okay. Wo haben wir unser Gold und Silber? Hier. Nö, 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 nö. Nee, das ist eine andere Schüssel. Das ist eine andere Schüssel. Die haben wir noch nicht. So. Alchemie-Kram mache ich mal raus. Du kommst da hin. Jetzt haben wir drei von diesen komischen Dingen gefunden. Du kommst da hin. Du kommst da noch hin. Na, wie? Nee. Der ist voll. Heidanei. Nur 20 Stecken. Der Kaffee kann raus. Leute, 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 Leute. Ich sollte eigentlich mal in Ruhe bauen, aber ich habe gerade im Moment keinen Nerv dafür. Das, 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 das ist es nicht. Da haben wir die Kaktusdinger. Wunderschwein, was das? Wüstenwein und Dschungelkrog. Kein Platz dafür. Nö, nö, nö. Ach, guck mal, da haben wir von denen noch mal. Du brauchst doch nur eins. Dann kannst du das hier nehmen. Ja, so wirklich viel können die nicht tragen, ja. Ist halt so. Weil es hier auch voll. Die Montagebank wollte ich doch bauen, ne? Warte mal, Stahl und Eisen. Ein bisschen Blut. So, Gold. Silber. Ne, Knochenmehl nicht. Da war jetzt drin jede Menge Steine und Holz. Na dann. Zumal natürlich überladen. Knochenmehl schmeiß ich halt mal da rein. Alles ist irgendwo, nur nicht wo es hingehört, aber egal. Ich hab keinen Platz mehr. Ich muss jetzt mal hier hin. Ich weiß nicht, wohin damit. Das haben wir schon mal irgendwo gehabt. So, guck mal. Das und das. Nicht mehr. So, dann könntest du aber mal. Ne, da nicht. Noch mal zehn machen. So, Schwefel kam da in das Ding rein. So, ich bin schon leer. Ja, ist es auch. So, jetzt müssen wir auf unsere Tuznelda warten. die ja eben keine Lust mehr hatte. Irgendwie hab ich das Gefühl, ich hab hier was falsch gebaut. eigentlich sollte hier noch ein Stück Flur sein, aber okay, so geht's auch. So, ich hab gesagt, mit der Montage-Oberbank bräuchte ich mal Demo. 100 Ziegel und 50 Holz, warte mal. Ich weiß, dass ich da schon Sachen vorbereiten wollte. vielleicht auch hab. So, wenn ich das vorgehabt hab, ich hab kein Feuermaterial da drin, okay. 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 Ich bin ganz zu viel. So, dann mach weiter. Ich hab mir wenigstens die 50 Dings. Die haben wir. Okay. Diese Schildkröte. Das ist eigentlich ein bisschen schade, dass wir die nicht auch verschieben kann. so, da wieder einpacken können. Aber das geht ja leider nicht, sonst würde man die noch ein bisschen weiter hinten ins Eck rinschubsen. Und das geht ja leider nicht. Und dass man hier niemand reinstellen kann. So. So. Holz Tür. Zwünnenholz. Xen. Und. Holz. **** Koffeln. Wir haben gesagt, wir haben doch letztens was gelernt. Das wollten wir uns doch auch noch angucken. Weiß noch jemand, wie das gehischert? Ich sehe hier nämlich nichts Neues. Ja, theoretisch ja, ich muss noch bauen. Wie hieß denn das da, was wir letztens gelernt haben? In diesem einen Gewölbe da, ich sehe da nämlich nichts Neues. Ich sehe nur das, was ich schon konnte. Es soll doch eine Rüstung gewesen sein, aber da ist nichts. Nichts Neues. Ich habe nur eine Rüstungsmacher. Da gibt es sowas nicht? Da ist keine neue Rüstung. Wir haben nichts gelernt. Also zumindest war es keine Rüstung, was auch immer wir da gelernt haben. Rüstung war es nicht. Das war etwas, was wir unterwegs gefunden haben. Oh, das sieht gerade nur übel aus. Steht zu. Da könnte man dann irgendwann so ein Gefängniswärter hinhocken, wenn wir uns mal einen mitschleppen. Wobei ich das Gefühl habe, dass der zu weit ist. Die Forschungsbank haben wir gelernt, echt? Hat da nicht jemand gemeint, das wäre eine Rüstung gewesen? Na ja, egal. Mit der können wir ja noch nichts machen. Wie geht es dir denn, Sikyara? Jetzt wird mal langsam die Tante ankommen. Geht nach Hause zurück. Sehr schön. Oh, dann brauchen wir zu Mischung und nicht nach Rüstung zu suchen. Wenn das gar keine war. So. Ähm. Beweglichkeit. Ich glaube, weniger Sturzschaden. Yay. Weniger Problem mit Temperaturen. Sehr schön. Es wird doch schlicht und ergreifend, weil ich keine Ahnung habe, was man damit tut. Also können wir nichts damit machen. Nein. Okay. Soll ich mich ab, soll ich dir. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist sehr schön. Ah, Kesselfliegermeister können wir jetzt? Ja! Uralter Streitkolben, okay. Den uralten Bogen hatte ich auch schon mal einen, der war nicht schlecht. Was ist das? Nein, 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 nein. So! Diesen ganzen Kram für die Rüstung ist da. Das da? Ich muss den Alchemist endlich mal bauen. So, was habe ich gesagt? Ich habe die Rasiermesserklinge gelernt. Da ist sie. Dann brauchen wir noch Stahlbarren. Alles andere haben wir. Stahlbarren. Ah! Nein, 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 nein. Das da waren die. Ja, 100. Dann haben wir genau 100 Stück. Ah, hattest du? Ui, Six, vielen Dank für dein Geschenkabo an Chiara. Und Chiara, viel Spaß damit. Ja. Chiara, auch schon drei Monate Schatzhofer. Ah, mhm. Bitte raus, da oben rein. Oh, du Stein. So. 100 Pfeile gemacht. Ich glaube, ich warte, bis ich was gefunden habe. So. Ist die Schnecke immer noch nicht zurück. Mann, die braucht lang. Aufpassen. Wir haben gestern noch mal gesehen. Das Rumgeknuddel und Geknutsche macht tot. Gut. So. 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 Ja, haben wir gestern gesehen. Das olle Keks hat da so rumgeknutscht und geknuddelt und auf einmal war das Gegenüber tot. Einfach so. Honey, guten Morgen. Alles gut bei dir? Quatsch, ich wollte gucken, ob ein paar Ziegel da sind. Wenn die schon. Ja, 100 Ziegel hier. Oh, Brownie, dankeschön für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Und viel Spaß, damit ich auch schon der zweite Monat Schatzruhe. Wow. Prima. Dankeschön. Die Montagebank wollte ich bauen, ne? Demo. Herstellen. Das kann raus. Schildkröte, könntest du mal aus dem engen Flur rausgehen? Das wäre echt prima. Immer. So. Demontage. passt irgendwie thematisch hier rein finde ich und sehr auch selten guten mögen nahti hoppla fast übersehen entschuldigung auch dir einen wunderschönen guten morgen ich hoffe es geht euch gut fasst übersehen nein es war keine absicht ich schwöre alles gut das ist schön so unsere ziegel sind dann damit alle wenn wir ihn noch warten müssen das haben wir doppelt das kann weg da überlege ich noch das kann er schon weg geformtes holz ehrlich ich will nur wissen ob ich es reparieren kann ja alles gut wie schnell mir die zeit vergeht ich wollte noch ein schreiben aussetzen duschen oder weiter zum friseur das sind schon 20 11 und ist noch nichts gemacht dann werde ich mit dem programm mal bei schmügel frische ja dann guten hunger und bring uns was zum frühstücken mit so und jetzt noch mal kann ich jetzt kann ich reparieren dann kann ich ja was da muss man da hin das eisenmesser gegen das stahlmesser ab eintauschen das kann weg die haben wir doppelt so und die dinger kann ich eigentlich auch nicht brauchen dann bringen wir die mal rüber das kann weg das kann weg das kann weg und das kann weg Gucken, dass ich jetzt nichts falsch gemacht habe, aber ich glaube nicht. Das habe ich jetzt. Das habe ich. Gut, ich habe alles. So, die Demontagebank ist eingeweiht. So nebenbei. Hüpf. Hatte ich hier noch was, was ich schrotten wollte. Nee, ich glaube nicht. Doch. Nee. Also das will ich auf jeden Fall. Das schrottet er sowieso nicht. Das wollte ich aufhören. Gut, die kennen weg. Notfalls kann ich die selber bauen, irgendwann. Das will ich aufheben. Das kann ich noch nicht reparieren. Ich habe noch nicht das Wissen. Genau. Ja, ich habe zwar auch schon mal ein bisschen was gefuttert, aber Käse, wo laufe ich denn hin? So geht's. So. So. Das war das. Langsam könnte dann mal die Tante angelatscht kommen. Die braucht ziemlich lange für heim zu kommen. Da muss natürlich wieder ein Verband rein. Du kommst da hin. Guten Morgen, Anni. Und bei dir? Alles gut? Alles gut? Ja, mit Kopfschmerzen bin ich heute Morgen auch aufgemacht, aber es geht jetzt mit der Wein wieder. Ich habe einen Albtraum gehabt, dass ich die Notrufnummer nicht mehr wusste. Und als ich wach geworden bin, habe ich Minuten gebraucht, bis ich wusste, wie die Notrufnummer geht. Das ist doch grausam, oder? Ich hatte so einen Kopfweh, ich habe mich voll aufgeregt. Stadt, Lärm und Katze. Okay. Oh, Sellen, das ist schlimm. Wenn man Apfelkuchen zum Frühstück essen muss, das ist schon schlimm. So schlimm. Gell? Anni, bin ich auch der Meinung, ne? Arme Sellen, einmal Mitleid. Macht mal eine runde Tüte für Sellen, weil sie die Arme musste Apfelkuchen essen. Nee, wie schlimm. Ganz, ganz schlimm. Äh, nee, 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 nee. Ich hatte einfach ein absolutes Blackout. Ich wusste es einfach nicht. Die können sehr schwer sein. Ein absolutes Blackout mit, äh, ich wusste einfach die Zahlen nicht. Ich stand dann da und dann so, Herr Himmel, Arsch und Zwirn. Wenn jetzt irgendwas ist und hier fällt mich so dämliche Nummer nicht ein. Das ist doch gruselig. Ja, die Tante braucht jetzt irgendwie lange für heimzukommen. Ja, die, die ist ziemlich aktiv, Madame Schnecke. Die ist ziemlich aktiv oder Herr Schnecke, keine Ahnung. Vor allem immer dort, wo man sie gerade nicht brauchen kann. ist die einzigste, die aktiv Wache schiebt, indem sie sich im Raum bewegt. Das habe ich fast befürchtet. Wir werden mitten in den Raum einen Posten stellen müssen wegen der Decke. Fürchte ich. bis dahin geht's schon mal. Und das waren 30 Deckenteile. Ist es da? Ist es nicht da? Ja, das wäre noch eine Idee. Nee, so geht's nicht. Aus dem ist es eh falscher. Also noch mal die Decke. Drei-Polz-Zimmer-Decke. Noch eine Runde, was wir übrig haben. Wir haben hier noch genug Räume. Nein, 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 nein. Wir kriegen es zu! Perfekt! Wir haben es zu. Wir haben es zu. Wir haben Klick gehabt. So, was hier natürlich noch fehlt, ist Licht. Das ist noch ein sehr dunkler Raum. Das Fenster hier ist mittlerweile doof, oder? Das sollten wir mal austauschen. Wer auch da immer auf der anderen Seite arbeitet, der muss hier nicht zugucken, wie hier die Sklaven bearbeitet werden. Das Fenster müssen wir austauschen. Aber ich glaube, wir haben auch... So. So ein hässliches Spiel mache ich hier nicht. Nein, nein! Nein, nein! Dann müssen wir das Fenster woanders hin tun. Muss ich mal noch was einfallen lassen? Oder sind Fenster los? Na ja, schauen wir mal. Nein, nein! Nein, nein! Guck mal, du hast doch eigentlich nichts zu tun mit dem. Kriegst du das jetzt mal? Und später suche ich dann wieder meine Wände und weiß nicht, wo ich sie reingeschmissen habe. Aber ist ja egal. Egal. Achso, Licht wollte ich machen. Licht. Hätte ich die Lampen nicht hier... Eine Wandkohlenpfanne, okay. Wolle eine Wandkohlenpfanne wäre mal was anderes. Ich habe doch bestimmt... Eisen. Das wäre doch mal was anderes. Nee, die wollte ich nicht aufmachen. So, da ist sie. Zwei, drei, machen wir mal vier, dann gucken wir mal... Wahrscheinlich nicht, aber ich weiß es noch nicht. Vielleicht mache ich den Privatraum nach oben, ich weiß es aber noch nicht. Zum. 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 Ah ja, es macht ganz gut hell. Habe ich jetzt nicht gedacht. Jetzt müssen wir noch mal ungefähr die Höhe treffen. Das macht ganz schön hell, diese Kohlenpfanne, hätte ich jetzt nicht erwartet. Schaut mal, ist doch der Raum schön hell schon, ne? Kann man nicht meckern. Du verschwindest im Lörk? Vontagebank zum Käse. Gut. Gut, theoretisch könnte man hier noch eine, aber das muss nicht. Ein bisschen Deko kann man hier dann nachher in den Raum auch noch rein tun. So Sachen wie Erdwölf und so können wir ja noch nicht... ne. Feuerstelle. Wow! Das haben wir alles hier noch nicht gefunden. Bison. Das haben wir alles noch nicht gefunden. Hirsch... Eine Hirsch-Trophäe, die können wir. Wenn wir denn geformtes Holz hätten. Sag mal, also ich finde, die Katzen waren immer schneller daheim. Die Katzen waren echt schneller. Die hockt ja immer noch da unten. Die Katzen waren immer noch da unten. Joana. Wichtig! Ui da mega. Vielen Dank für deinen Follow und willkommen bei uns. Wir sprechen Deutsch. Wir sprechen hier tatsächlich alle Deutsch. Tut mal leid, also mit Englisch wird das schwierig. cast. die große dachte ich mir ist nicht sehr groß machen wir den mal da hin und dann haben wir noch den da dann können wir später noch hier noch einen hinhängen wenn wir dann mal einen haben niederlande das kann ich aber auch nicht tut mir leid holländisch können wir auch nicht mensch dass sie feschgebackt ist aber das wäre übel so ja wie gesagt mehr köpfe kann ich gerade nicht machen weil wir das wissen dazu noch nicht gefunden haben irgendjemand hat uns ja erzählt dass wir für diese neuen köpfe die wir hier in zippert finden dass wir die tatsächlich die rezepte erschwinden müssen so wie manche kopf rezepte das immer halt da war das schiff gott ob ich die da jetzt noch mal finde ich habe aber ein pech mit meinen meinen getreuen du musst dir einfach anders das rein ja wie gesagt das hat uns letztes mal ja spielstart könnte man eigentlich mal probieren wartet mal zurück zum hauptmenü das geht hier noch relativ schnell ja das hat wie gesagt warte mal entschuldigung es hatte letztens jemand gemeint dass man die wie manche kochrezepte finden muss zumindest wir hatten ja am anfang ja gedacht dass sie die vergessen haben einzufliegen dass man die gar nicht lernen kann und sind wir ja schon mal einen schritt weiter schauen wir mal locken jetzt mal neu ein und dann ich finde die hat die braucht lange für heimzukommen wenn ich da die katzen holen da waren die schon dreimal ja genau kredel hängt im welt fest so wir sind wieder da das ginge verhältnismäßig schnell ja sie ist natürlich schon nicht da aber hier hängt es auch nicht mehr schnecke wo bist du jetzt sehe ich sogar nicht mehr hinter einer barriere war das ist natürlich ganz mies theoretisch ist sie daheim nur ich muss sie jetzt finden wo ist denn die tante theoretisch ist sie daheim ist sie vielleicht im sklavenraum da steht sie sie ist zu hause wir können auf jeden fall sagen dass wir sie eben nicht übersehen haben weil wir waren ja ständig im sklavenraum weil wir den ja gerade umgebaut haben jetzt waren wir nicht blind so muss sie ist das einlocken hat geklappt dankes hier dinkeschön das hat geklappt essen hat sie noch jede menge sie ist jetzt stufen 9 und hat auch schön brav 9 stärke sehr schön ja mal echt ne steht da und sagt nix das kann ich mir vorstellen naidi dass das dann natürlich ein bisschen muss das sein so dann haben wir jetzt mal fleißig dieses frack angeguckt das darf man hier runter das veräuferer an manchen tagen ist es echt so dann haben wir es dort Und ich bin wieder eins aufgestiegen. So, dann bin ich ja schon 53. Okay. Wir werden groß und stark. Ganz groß und stark. Jetzt will ich hier mal noch ein bisschen uns umgucken. Ich glaube, hier haben wir noch nicht viel geguckt. Die Insel hier haben wir zumindest außenrum komplett. Wir haben hier zwei Sachen, aber jetzt will ich einfach mal hier umgucken, ob es da noch irgendwie was besonderes gibt. Außer den ähnlichen Käfig-Ecken. Und wenn ich das richtig sehe, schon gleich hier vorne ein Zelt-Dings muss. Und schwupp, wir sind unterwegs und es wird dunkel. Ich sag mal, das gibt es doch nicht. Ich glaube nicht, dass da hinten, oder? Doch, die da hinten haben wir doch schon. Ja doch, das sind die, wo wir das letzte Mal fast dran gestorben sind. Mal kicken, glaube ich. Wird es jetzt Nacht, oder kommt wieder dieser dämliche Sturm? Ja, genau. Ja, genau. Wisch mal kurz den Sand vom Bein. Ich kann es nicht sehen. Auf jeden Fall haben wir das Klager, glaube ich, noch nicht komplett ausgeräumt davor, ne? Das haben wir noch nicht geschafft. Ne. Das ist das, was mich jetzt mal kurz vorm Schluss am Verzweifeln bringt. Die kann ganz schön um sich hauen. Das ist ein Dreier. Sollte ich sie nicht alleine machen lassen. Oh doch, den hat sie fast klein gehabt. Habt ihr das gesehen? Die schafft schon ein Dreier. Jedenfalls schneller wie ich fast. Mit weniger Schaden. Frust. Komm mal mit. Ich muss mich erst heilen. Man hat hier so einen gewissen Stolz, wenn man bestimmte Ecken einfach nicht schafft. Irgendwann muss es doch gehen. Und wenn wir sie dann ausgebildet haben, wollen wir dann den nächsten schönen Krieger ausbilden. Wir haben hier sonst nichts zu tun. Wir sind da von da hinten und so. Trüge eh zu untersuchen, das ist jetzt gerade etwas ungünstig. Da war doch was. So. Ich hab Treibgut gefunden. Guck mal, wir haben die ganze Kiste eingepackt. Habt ihr das gesehen? Wir haben die ganze Kiste eingepackt. Habt ihr das gesehen? Ach guck. Haben wir so Nachschubmaterialien bekommen? Ist ja witzig. Ist ja witzig. Hab ich auch noch nicht gehabt. Guten Tag. Ach du Scheiße, das ist ihr Name. Ein Meisterbogenschütze. Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü gut mein tante hat es geschafft das glaube ich dir nicht da ich ja von den trägern die pakete schon weiß dass die schwer sind lasse ich da immer schön brav die pfoten weg bis ich daheim bin da ist so ein schnicks männer dann müssen wir mal da hinten irgendwie hochgehen was mit dir aber immerhin hier den steg zum beispiel haben wir noch nie gesäubert ja ist gut leute ist gut ich will auch noch wo sind meine pussy ich habe so ein ungutes gefühl der ist tot shit stirb einfach ich bin gleich gut shit ich konnte den saft nicht mehr holen ja so ungefähr aber ich bin gestorben also ich sag dieses lager schaffen wir einfach nicht schlimm blutet ne danke stimmt ja nicht so wirklich so menschenfleisch ja danke so dann fangen wir mal an Eisen Eisenpfeiler wie Elfen so Stahlversterbung Stahlsperr brauche ich nicht oder macht was das ist das jetzt können wir den Erdwolfen hier halt in der Rache schieben Der ist eh hässlich, dann kann er auch Menschenfleisch essen. Ich wollte es nicht, ich wollte das hier. Das macht ihm Präzision, okay. So, warte mal. Leckerfleisch hattest du? Ach, Kinas. Öl war hier. Ich weiß immer noch nicht, warum wir das Öl eigentlich haben wollten. Ich weiß es nicht mehr. Silber, Ziegel, das war's. Augenklappe. Hier rein, eine. Warte mal, da haben wir doch noch ein Fell oder was gehabt. Genau, hier. Bestärkt sich. Ich dachte, ich hätte das Fleisch gerade abgelegt. Noch ein Leder und Stahnsperr. Ja. Damit der Geschmack kommt. Denk dran, mit dem geschlafen gehst du mal. Ja, ja. dieses hässliche Viech. Ich dachte, ich hätte dir so Atemtrank, weil die benutzen wir nicht. den habe ich nämlich nie dabei, wenn ich den mal bräuchte. Oh wei, da ist ja wirklich viel drin. Guck mal, Leder und Klauen und mehrlagisches Fell. Oho, Wolfsfell und Stoßzähne waren da drin. Gar nicht nur so schlecht. Gar nicht nur schlecht. Schmuggelware, ne? Nicht schlecht. Zum Teil richtig teures Zeug. Das war nicht schlecht. Und dann Gold. Dann haben wir hier dieses Holz und das hier. Käse. Das hier. So, fällt nicht auf. Dann den Speer noch wegbringen. Und schon sind wir zumindest erst mal leer. Fünf Stahle. Immerhin. 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 So. Juck. Ja. Jetzt muss unsere Schnecke nur wieder heimkommen. Jetzt muss unsere Schnecke nur wieder heimkommen. Mh. Die hat das doch überlebt, ne? Ja. Hat sie. Sie hat es überlebt. Juchey. Die ist ja schon fast stärker, wie unser Puma war. Aber nur, weil wir den Puma nicht richtig gelevelt kriegen. Aber gut, kommt Zeit und so, ne? Bei dem anderen, bei der Vanillakonen, haben wir hier auch eine ganze Weile gebraucht. Bis wir solche Sachen gewusst haben. Also von daher. Naja. So. Sie ist der sechste Tag ja hier erst. Die Schnecke kundschaftet noch. Derweil. Kannst du mal kämpfen. Nur das mit dich mal weitermachen. Wie immer behauptet er nicht zugänglich zu sein. Du bist doch so doof. Gegen zwei von den Katzen sollte er aber mittlerweile ankommen. Kommt da. Jutimits. 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 Was hast du jetzt eigentlich? Oh, kannst du fünf Stärke? Wow. Ich bin fassungslos. Mach mal was anderes. Ich liebe es, wenn Kinder stundenlang im Haus gangen schreien. Mietz. Ich fange jetzt auch an zu spinnen. Komm halt her. Wo bist denn du? Wo sind die Doofkatz jetzt? Da steht sie auch nicht? Jetzt ist sie hinter mir. Also sag mal. Was ist denn heute los? Alles zickt rum. Hopp. Schwingt deine Hufen her. Ist jetzt nicht die Möglichkeit, oder? Nein. Dann lad's schon nachher halt selber hin. So. So. Stahlkeulner. Wie die? Reicht noch? Dann gucken wir mal, ob wir uns da unten noch zusammen prügeln können wieder. Ja. Mieter weniger Mutis. nein 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 Amen. So. Keine Trölen? Sonst sind doch immer hier ein Haufen Hundefiecher unterwegs. Wollt ihr nicht? Nein? Was geht ab? Ah, ich wollte gerade sagen. Das kann doch Faschnitz sein. Das ist nur ein Zwei, oder? Egal. Ah, der kommt schon von alleine. Wer fängt an? Wer zuerst anfängt hat verloren oder wie war das? Guckt mal. Wir tanzen. Wer zuerst anfängt hat verloren. Na gut. Ich habe verloren und du bist tot. Lül. Auch nicht schlecht. Äh. Der hatte so gar keinen Bock zum Kämpfen. Habt ihr das gesehen? Aber so gar keinen. Aber so gar keinen. Der kommt. Bist auch nur ein Zweier. Ein Zweier habe ich. Du musst du leider sterben. Du hast die falsche Größe. Du hast die falsche Größe. Ich habe ihn getroffen. Nee, ne? Aber jetzt. Du bist eine Einsertänzerin. Sorry. Habe ich schon. Habe ich auch schon. Nichts besseres heute. Ich habe aber auch wieder Pech. Habe ich dann alle? Nee. Ich wollte gerade sein. Bogenschütze 2. Was bist du? Bist auch nur ein Zweier. Schade. Leider muss ich euch alle töten. Weil keiner dabei war, den ich haben wollte. So ein Pech für euch. Man kennt das ja, ne? Man will die ja nicht. Aber. Dummerweise hat man keine Wahl. Jetzt könnte ich einen Träger brauchen. Aber klar. Ich habe eine legendäre Waffe gefunden. Ehrlich? Was denn? Der Riss des Haies. Okay. Kletterhandschuhe. Ich muss immer noch überladen. Steinschwert. Ja. Ich weiß, dass ich überlastet bin. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ich hätte Material zum schrotten. Das muss ich jetzt nicht haben. Die hatte ich offen. Oh. Ich sag's euch. Es ist immer so schwer zu entscheiden. Was schmeißt du mal weg und was nicht, ne? Wir sind doch fast vor der Haustür. Und sind völlig überladen. Und sind völlig überladen. Ich könnte immer dann immer rufen können. Und das bringt mir eben letztendlich auch nicht wirklich was. Das ist so furchtbar. Viel trägt der auch nicht. Mach das mal weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Tja. Ein Panda. Guck mal. Graue Farbe kann weg. Die Knochen können weg. Das können wir jetzt im Notfall auch weg machen. Und trotzdem überladen. Yeah. War da jetzt, waren das jetzt alle Kisten? Ne, hier irgendwo war noch was. Die können wir stehen lassen. Und die haben wir offen. Ich würd sagen, das war's. Vandal ist leer gemacht. Ja, weil Steine hab ich ums Haus her ganz, ganz viele. Das ist nicht wirklich ein Problem. Also an Steine komm ich wirklich leicht. Ich hab auch ganz tapfer Farben weggeworfen. Ja. Ja. Wow, Mille. Schleich schneller heim. Ich vergesse ja immer, dass diese schneller laufen hier einen Haufen Ausdauer verbreitet. Ich bin hier schon richtig, oder? Fast. Fast. Das können wir jetzt nicht mehr so weit weg sein. Es sind gerade die Luchse, die da sind. Sollte das jetzt kein Problem werden. Sollte das jetzt nicht mehr so weit weg sein. Sollte das jetzt nicht mehr so weit weg sein. Wenn wir vorher die Bäume weg machen sollen, dann wird man es früher sehen. Wir müssen da hoch, oder? Ich sehe mein Zuhause nicht. Ich sehe mein Zuhause nicht. Dabei sollte ich doch theoretisch schon da sein. Das ist aber da oben. Das ist ja noch langsamer. Na, 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 na. Ich sehe mir da so ein Riesenmonsterbau stehen und sehe es nicht. Da hinten sehe ich wieder nur den Tierkäfig. Da hinten sehe ich. Da ist er. Da ist es. Ah, und die Amanja ist zuhause. Braves Mädel. Diesmal ging es schneller. So, jetzt schnell zur Demontagebank und dann sind wir eigentlich schon nicht mehr überlastet. Na, 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 na. Natürlich ist die Schülkröte wieder mitten im Weg. Zum Kinas. Das und das kann weg. Weg, weg, weg. Weg. Die kann weg. Hier wollte ich aufheben, weil das Dingswaffe ist. damit sie beim gehen nicht so quietscht so meinst du so meinst du wir hängen mit dem panda doch gleich mal über die türen so das war das den riss des hais ich benutze diese komischen doppelwaffen ja nie ich könnte mir mal angucken wie die damit kämpft weil ich würde behaupten obwohl der hier ist genauso gut ne warte mal 31 und 24 und der kann 31 16 ne dann behalt schon deinen kolben der ist besser dann kriegt wahrscheinlich einer von euch den durch ein breitschwert ja dann kriegst du das jetzt erstmal in die hand morgen curry fähne du alles gut bei dir dann kann das weg ach guck mal da haben wir noch so ne so ach die mach ich jetzt mal weg für später können wir ja später welche machen wenn wir brauchen denke da wollte ich nicht hin das mikrofon klingt super dankeschön dankeschön ja klar ist der da meistens ach so dein pudel hallo newbie geht hier das mikrofon habe ich ja die woche bekommen und ja so langsam habe ich eine gute ausrüstung habe ja auch einen zweiten bildschirm mittlerweile und nun sich dem mann jubi so geht es einem als geschwister ja ja ich kenne das ein puder macht auch immer so komische dinger dann so du wirst schon seit kurz vor neun es kommt nicht ganz hin wir haben ja schon viertel nach neun angefangen wirst du schon vorher da ist es ja konnen hat heute morgen ja stunden gebraucht für sich aufzuladen warum auch immer du liebes bisschen du hast folter pc gelesen was heißt das denn ich muss die ganze zeit nur auf neuen klamotten schauen ich habe die tänzerin die klamotten entführt und habe die selber angezogen ich hatte es doch schon mal gehabt die tänzer klamotten an hatte ist halt so ein bisschen schick so das haben wir mal wieder gekriegt das ist doch ganz gut ein bisschen davon ein bisschen davon ich bin gleich leer dann freut sich wenn ich da bin ein bisschen ein bisschen ein bisschen mikrofon vor der pc neun pc habe ich nicht schön wäre es und küche habe ich sowieso nicht aber hey man kann nicht alles haben nein mikrofon und monitor ist neu immerhin und dann ja jetzt nach dem anderen ein bisschen gucken muss ich mich eigentlich auch ja guckt mal jungs halten sich mal die augen zu ich muss mich mal kurz äh reparieren ne du nicht du und du reparieren ja komm schon her und reparieren ja ne so helm können wir schon mal anziehen schuhe können wir schon mal anziehen das kann man schon mal anziehen das und das rüber müssen wir erst noch mal eisen holen ich glaube ich hatte hier welches drin die mappe liegt hier irgendwie blöd die karte die braucht so wahnsinnig viel eisen die rüstung ausrüsten 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 so ich bin wieder angezogen frisch repariert alle löcher gepflegt alle löcher gepflegt ne koch clips angucken ja und dabei verhungern ja leute ihr seid mal wieder viel zu gütig es gibt ja nie verservice aber ne geld müssen wir haben ja so das kommt da rein das kommt noch da dazu die haben eh nichts mehr du kommst da rein knochenmehl wo hab ich denn knochenmehl reingeschmissen hier nicht hast du knochenmehl Ship wo hab ich denn das knochenmehl reingeschmissen und GIER wo hab ich denn das knochenmehl wo hab ich denn das knochenmehl hingeschmissen die Mit irgendeinem verzweifelnden Platz habe ich doch bestimmt dafür gesucht. Ja, ist klar! Ich und millionenschwer ist klar! Träum mal weiter! Schön wärs! Hätten wir eine Sorge weniger. So, wir haben... jetzt machen wir mal ein Teil der Kram da raus. Das reicht ja schon mal. So, Kinos! Die Schnecke hatte, glaube ich, nix? Ne. Sie hat aber noch Essen genug. Sie ist jetzt bei Level 9. Na dann, hopp! Weiter geht's. Sie müssten hier dran vorbeikommen. Ähm, ja. Ja, man sollte natürlich seinen Herrschaften von Sklaven auch sagen, dass sie mitkommen sollen, ne? Das wäre, glaube ich, hilfreich. Nö, 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 nö. Ich meine, du könntest das eigentlich gewusst haben, aber naja. Nee, sie hält sich nicht fest. Ja, ja. Nix Knödel mit Luftsoße, ich weiß schon. Das perfekte Mittagessen, ne? Nix Knödel mit Luftsoße. Und wie geht es den Geschwistern, Kui-Fee? Ich hoffe, euch geht es gut. Passt soweit, schön. Ich habe mir heute viel nichts aus dem Topping einer gerne leeren angemischt. Okay, nur wen schmeckt, nur wen schmeckt. So, da hinten kloppen will ich mich jetzt nicht mehr. So, da komme ich da jetzt hin und laufe mal wieder außen rum. Und dann gerade... Was ihr wieder alles macht. So, nee, was machst du? Ich sehe nichts. Es ist einfach wirklich schlimm, ne? Kaum bin ich unterwegs, es ist dunkel. Wie verhext. Jetzt will ich da rüber. Läuft die Tussi eigentlich nach? Ja. Ist nur Nachtgott. Was für... Nee. Ich klunsch nur vom Stuhl hin und her. Sorry. Ja, das Mikrofon ist halt viel empfindlicher wie das am Headset, gell? Das nimmt ja jeden Scheiß mit auf. Sorry. Und ich bin schon sehr behutsam mit allem, was ich bewege. Ich habe sogar meine Tasse auf ein Stück Stoff gestellt, weil das ganz gruselig geklungen hat, selbst wenn du ganz leise die Tasse auf den Tisch aufgestellt hast. Da hat das so ein ganz komisches Geräusch immer gegeben. Jetzt habe ich da ein Stück Stoff drunter gelegt, damit sich das nicht so gruselig anhört. Was ist das immer noch? Naja. Wir kriegen Besuch. Dein Stuhl knirscht anders, das ist okay. Ich habe doch mal nur einen Küchenstuhl und keinen so einen schicken Stuhl zum bequemen. Naja, Tischdecker habe ich ja. Aber halt eine aus Plastik, ne? So eine abwaschbare. Da geht es nicht rein, ne? Nein. Ich bin nicht wirklich zugänglich, wie ich das hasse. Ich sollte Räufer ihren Hintern bewegen. Nee, aber sie bewegt natürlich den Hintern erst, wenn ich gesehen werde. Dein Drehstuhl könntest du im Horrorspiel benutzen. Ja siehst du, sowas habe ich nicht. Ich habe nur einen simplen Küchenstuhl. So, da hinten... Nee, das ist wieder was anderes. Oh! Ich würde sagen, das hier ist mindestens ein Sterne Vieh. Trauen wir uns oder trauen wir uns nicht? Was meint ihr? Professionelle Soundeffekte, ja, ja. Was meint ihr? Trauen wir uns. Der hat ein Sternchen, zwei, drei. Drei. Der hat gleich mal drei. Das ist meine Tante. Ähm. Wie ist das so gemütlich da angelatscht kommt? Wie kriege ich den hin? Ich habe das Gefühl, ich mache überhaupt keinen Schaden. Wir haben zumindest schon mal ein Bein verletzt. Scheiße, das Vieh nimmt ja keinen Schaden. Okay. Okay. Der nimmt keinen Schaden. Schnecke, komm. Wie für den Getreuen nicht zugänglich. Die soll ihn erst bewegen. Aber Dabba. Der kommt ja nicht. Der kommt ja jetzt wohl nicht. Okay. Das hält sich in Grenzen. So, dann geht er schon schneller. Okay. Also, so viel zu dem Thema. So viel zu dem Thema. Wenn ich weglaufe. Weil ich das Vieh... Ja, ich habe ja gesehen. Wir haben ja faktisch keinen Schaden gemacht. Aber meine, äh... Meine Sklavin hat halt relativ schnell relativ hohen Schaden genommen. Und deswegen mussten wir jetzt uns was einfallen lassen. Und haben schnelle Füße gekriegt. Diese... So, das muss suchen wir uns ein anderes. Ne, ich will doch aber hier weiter. Aus dem ist schon wieder der dämliche Sturm da. Abhauen tun die nicht, ne. Wenn die einmal gezähmt sind. Die das Rad der Schmerzen überstanden haben. Die laufen dir nicht mehr weg. Wenn du das... Solange du die nicht freilässt, laufen die nicht weg. Das hat Madene sehr deutlich gemacht, dass das gesünder ist, das nicht zu tun. Und essen. Hallo, Six. Willkommen zurück. Die laufen da nicht weg. Ne, ne. Oh, oh. Die laufen da nicht weg. Oh, oh. Oh, oh. 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 Einmal drei Schritte gelaufen, müsse. Wieso ist es doch gleich zu dem Ziel laufen remembering. Du Duphnuss. Hast du es doch gesehen? Nicht zugänglich. Das kann dich kotzen. Ich hasse diesen Spruch. Wieso ist es nicht zugänglich? Da kann sie hinlaufen, ne? Muss ich nicht verstehen. Nachdem wir ja den Dreier nicht kaputt kriegen, müssen wir uns an den Kleinen wieder dran halten. So, drei Stück. Zählt nur leider nicht als Level 3. Nehmen wir wieder so eine Kiste außen. Mal gucken, was wir da drin finden. So, der ist schon mal tot. Wie weit bist du? Sehr schön. Sehr schön. Ja, aber das ist... Ja. Dafür bin ich jetzt nicht vorbereitet. Der da hinten sieht irgendwie auch erschreckend groß aus. Nee, das ist der, den wir eben hatten, oder? Nur von oben? Da ist der Dreier. Komm, 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 komm weg da. Da ist der Dreier. Oder hast du den gemeint? Das ist der Dreier. Das ist der Dreier. Das ist der Dreier. Wir sind eben nur von oben gekommen, ne? Genau. Genau, da sind nämlich auch die komischen Stöcke da. Nee, wir haben die ja eben auch nicht geschafft. Ich hab da keine Chance. Obwohl ich ja diese, diese komischen Pfeile habe, die Blutungsschaden machen. Äh, die sind nicht... Die machen ihm kaum Schaden. Meine Schnecke ist dafür zu schwach. Mein Schneckchen ist dafür zu schwach. Nein, frag mich jetzt nicht, frag mich jetzt nicht. Esel, willst du Nudelholz spüren, hä? Frechheit. Der ist ja viel stärker wie ich, ne? Muss ich hier mal anmerken. Viel stärker. Ich hab keinen Bock, schon wieder einen Sklaven zu verlieren. Ich hab erst die Mieze verloren. Äh, ich bin aufgestiegen, toll. Und sie noch nicht... Doch, sie ist... sie ist 10. Wann ist denn die 10 geworden? ... Ein Getreuer hat die Kunst des Meuchelmords studiert, die ihm die Präzision und Stärke gewährt. Äh, äh. Das Hechte hat jetzt 13 Stärke, faktisch. Okay. Das ist ja eine Meuchelmörderin. Mhm. Du meinst die, äh, die, die Deutsche, oder? Ja, die haben wir ja noch. Das ist ja nicht das Problem. Die hatte ich ihr ja nur nicht gegeben, weil die ein Tick schwächer sind, wie die Keule, die sie jetzt hat. Aber ich hab die noch. Die hab ich dem einen Träger ja in die Hand gedrückt. Was ist das? Wie war das da? Neugier? Ist der Katze tot? Ja, müssen wir dann dran denken, wenn wir wieder daheim sind. Was ist das denn? Ich bin nicht neugierig. Nein, nein. Ein riesen Feuerkelch. Guckt mal. Wow. Und hier hat etwas eine seltsame Farbe. So. Wie war das bei dem einen Dings da? Wir konnten rein, aber durften dann nicht mehr raus, weil dann auf einmal Wachen da waren. Schwächer ist relativ. Du musst schauen, wie wir die... Ein paar Sekunden... So, mir hat das eine Vieh eben nicht geschafft. Und damit ist erstmal... Erstmal Pause, bis wir ein bisschen stärker alle Mann sind. Mit so einer kleinen Sklavin und ich bin selber nicht wirklich gut, war das definitiv keine gute Idee. Das sieht lustig aus. Da steht irgendwas komisches rum. Das sieht nach einem normalen Gegner aus. Ich habe gestern übrigens beim großen roten Enden Worldcraft als Film geguckt. Ziemlich brutal, aber nicht schlecht. Ziemlich brutal, aber nicht schlecht. Wirklich schon du. Dann beh Netflix oder eher auf zum Beispiel in Galen습니다. Ich denke kein sah! Hä, hab ich精ich절 recht! Und dann wäre der Hund bist. Wenn ich möchte, sind ja através einigen. Das heißt, hier übersenglernen. Dann glaube ich ein Scotty-malar. Dann hab ich mit der Hund versuch. Schlforest Austausch zu Newton-malar. was spannendes hast du jetzt nicht dabei wenn ich das da mensch du mich ein mensch ernsthaft okay hätte ich das nicht erwartet ja weil ich wie gesagt ich selber habe mit warcraft überhaupt nichts am hut ich fand den für mich schlecht ich fand den nicht schlecht und wie gesagt ich habe hier mit warcraft überhaupt nichts am hut der hat also die geschichte erzählt aus seiner sicht der ork oder was das war und fand es nicht verkehrt mal zumindest am schluss verstanden wie die orks auf die erde gekommen sind oder zu den menschen wie rum auch immer wie es zu dem krieg gekommen ist die dinge da sind ziemlich stark himmel stirb halt mal ein bisschen schneller das war stein das kann weg stein kann weg menschenfleisch kann weg das ist ein einsack guck mal schtöp bitte bevor ich sterbe danke so wie geht's dir ziemlich gut sogar stein piek weg was wie gesagt ich fand den film fand ich nicht schlecht also so ein bisschen diesen ganzen fantasy kram mit orks zwergen kurscht mag kann man sich das ruhig mal angucken die flugende endlich haben wir die meldung dass wir hier was entdeckt haben mussten aber jetzt tief rein ich habe ein reliktfragment gefunden okay wo ist das hier raus wie soll sie weglaufen wie soll sie weglaufen wie soll sie weglaufen ähm entschuldigung ich wollte nur akupunktur machen ich schwöre ich wollte nur akupunktur machen ich schwöre ich wollte dich nicht hauen nein nein die schätze hilfe geh das kann ich mich da verstecken ja perfekt das darf schon die falsche taste drücken Ich werde mich vielleicht mal kurz heilen. Ihr mich auch! Einen Feind bluten lassen! Hey, stehen bleiben! Könntet ihr mal bitte hier bleiben, wo ich an euch dran komme? Jetzt habe ich kein Dings mehr. Löl, da hat einer einen Pfeil im Kopf! Das ist schon wieder ein Einser. Wir sind aber jetzt mehr oder weniger alleine, ne? Na ja. Dann geht das hier erst ab. Guck mal, sie ist verstohlt. Warte, Süße. Ich helfe dir gleich. Die ist fast tot. Die ist fast tot. Ach, viel Aloe Vera Zeug habe ich zwar jetzt nicht mehr, aber es muss gehen. Das war knapp. Das war knapp. Das hat du gut gemacht, Süße. Hat du gut gemacht. Ich habe mir irgendein komisches Artefakt gefunden. Guck mal. So. Noch eins. Und das brauche ich selber. Nein, das nicht. So. Das war knapp. Das war für uns beide knapp. Die Freizeitausflüge mit Zelten, den Whisky-Müchern, der will von Kernen rumflügen am Ende. Der Kader von der Draht... Ja nun. So ist das halt, ne? Ich bin gerade ein bisschen Grünzeug für ein paar Verbände noch zu machen. Arte, ist knapp, Leute. 13 können wir herstellen. Das kann jetzt weg. Das kann ich zuerst mal weg. Oh, das war hart. Ja, ich weiß. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es überlebt. Das ist Silber, ne? Ja, das wollen wir. Das brauche ich jetzt nicht. Feuerstellen brauche ich auch nicht. Kommen da noch mehr von den Dingen? Ich höre doch einen. Ach, da oben. Komm. Wie die aufeinanderprallen. Krass. Komm. Schauen wir uns. Komm. Schauen wir uns. Ja, und stirb halt. Du hässliches Wasser, auch immer. Der hat Gold noch dabei, guck an. Breitschwert gefunden. Wie sie ihre Kisten versteckt haben. Das klingt nach einem weiteren Angriff, guck. Oh, da ist niemand. Es gibt immer drei Stufen zur Auswahl. Und ich habe halt den, wo man sein Päcken nicht suchen muss. Nach seinem Sterben. Oh, meine Güte, guckt euch das mal an. Ich höre was, aber ich sehe... Ach, da hinten. Da kommt noch einer. Könntest du mal kurz... Danke. Jetzt springt die Tussi da hinterher. Oh, scheiße. Du bist hier noch so ein dicker. Warum renne ich da jetzt hoch? Vielleicht kein so guter Idee. Hilfe! Zu schnell da. Wo bist du? Wo ist deine Kiste? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Yo, bleib stehen stehen und ich tu dich da mal kurz spicken, hab ich nichts dagegen. Was für komische Viecher auch immer das sind. Ich sehe nichts. Ich glaube, ich treffe nur meine Pussy. Der hat nicht mal mal einen Loot dabei, Frechheit. Ja, ich bin überlastet, Scheiße. Ich habe schon gedacht, was die Hunger hat auf einmal? Du, warte mal. Das Ding, die Figur wiegt 50 Kilo. 50 Kilo wiegt uns die Figur. Das ist ja mal, ne? Ich will ja nicht meckern oder so. 50 Kilo ist natürlich ein bisschen viel, ne? Wir dürfen unsere Schnecke nicht verlieren. Die hat da eine teure Fracht dabei. Ne, 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 ne. Das gibt eine Mod dafür, wo du siehst, wie es dein Gegner kann. Oh, die Mod habe ich nicht. Ich schmeiß die nicht weg, wenn überhaupt. Dann verliere ich die nur, wenn die Tante stirbt. Ich habe die jetzt der Tante in die Tasche gemacht, damit ich nicht zu überlastet bin. Oh, Entschuldigung. Ich wollte ihn eigentlich schauen. Wir sind schon so lange dort, dass die, glaube ich, schon wieder respawnen. Wir sind schon viel zu lange hier. Wir ziehen uns hier mal Stück für Stück raus. Das ist natürlich Klima, dass sich der Nini-Sterne-Freak hier rausgezogen hat. Wie der schön die Pfeile in der Brust hat. Eigentlich müsste der tot haben. Der Getreue ist aufgestiegen. So. Jetzt muss ich den nur noch treffen. Ja, perfekt. Noch einmal in den Bobbes schießen, ne. Den habe ich wirklich in den Bobbes geschossen, löööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Wir haben immerhin wieder mal was entdeckt. Schwupps, haben wir keinen Stall mehr. Wir reparieren nämlich. Eisen hatten wir keins gekriegt, nee. Eisen hatten wir keins bekommen. Gott. Ich glaube, jetzt sind wir einmal rund gelaufen. Ja. Das ist das lustige Feuerding. Jetzt hatte sie doch zwei beinahe Tote. Aber immerhin, nee. Hin ins Kräft. Das ist die Luft. Oh, Lava. Kann sie Lava? Nee. Da oben ist irgendwas wieder. Hallo, du. Oh, du bist ja hübsch. Und sogar zahm. Uh. Die Bäume sehen so leicht verkugelt aus. Oh, lef. Ja. Oh, lef. Ja. Wenn du das, das mal geht. Ich bin ja. Ist ja Aqui. Du bist ja hier. Du bist ja hier. Du bist ja hier, so kannst du das mal wiederholen. Du bist ja da's. Dass du dich nicht so leichter bist. Das ist gut, Mama. Also, die Reböcke sind zahm, die Hirsche sind aggro. Ist ja witzig. Und hier hat ziemlich viel Vulkanzeugs. Oh, was ist das denn? Ist das ein Löwe? Das könnte ein Löwe sein, oder? Ah, nö, siehst du, man kann ja mal kurz nachfragen, das ist ja kein Act. Das stört mich nicht. Löw, als wenn der ein Löwe geahnt hätte, was ich vorhatte. Ist das ein blauer Löwe, oder? Ist ja witzig. Und weg ist er. Okay, der hat sich weggepackt. Besser das ganze nochmal. Scheiße. Sieht ja lustig aus. Da ist wie ein blauer Löwe, guckt. Ein ziemlich starker Löwe. Dafür, dass es nur ein normaler ist. Was? Der AIM? Was ist bitte ein AIM? Hm. 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 Krieg, geh mal aus die Füße, das ist ungesinnt. Wow. Was ein Viech. Ich dachte, das ist eine Katze. Hm. Und so berauschend ist ihr Tropf natürlich nicht. Das kann weg. 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 Obsidian. Ach, wir haben Obsidian gefunden. Ok. Na gut. Wie geht's dir? Bist du erholt? Ja. Essen. Na ja. Fast genug. Ich guck. Hm. Wir sind nicht so mit Fremdwörtern rum. Was ist denn ein Panda? Ich spiel keine Schuhe, dein Kennbegriff nicht. Ich seh's ja. Ich sag ja, er bettelt nach einem Nudelholz, ne? Er bettelt nach einem Nudelholz, ne? Er hat so das Gefühl, er vermisst da was. Chiara, du hast jetzt ein Abo, ne? Du kannst das Nudelholz auch benutzen. Da ist jede Menge Schwefel. Ja, ja. Träum weiter. Da ist irgendein komisches Viech, das uns... Ne, das da unten hingeht, ok. Okay, die kämpfen miteinander. Da ist wieder so eine hübsche Lavakammer. Da ist wieder eine Katze. Die Katze, der Steinvieh und ein Mensch. Und da kommt noch ein Mensch. Das sind mir jetzt ein paar zu viele. Ach, der kommt gleich mal zu uns. Ach, wie schön. Du siehst irgendwie ziemlich verhungert aus, Kerle. Hättest du mal mehr essen sollen, dann könntest du besser kämpfen. Ein bisschen mehr essen hätte dir nicht geschadet. Guck mal, wie dürr der ist. Ist der dürr. Du kannst jede Rippe zählen. Nicht sehr gesund. Nicht sehr gesund. Den Mensch haben sie getötet, oder? Ist eigentlich ganz so schick. Wenn die miteinander beschäftigt sind... Ne, doch nicht. War jetzt zu schön. Der ist jetzt tot, weil er schon so viel Schaden hatte. Ach, der Mensch war in die... Der ist in den Felsen eingebracht. Ne, Mietze. Das muss jetzt nütz sein. Ich bin doch keine Fanmaus zu spielen. Nö, nö, nö. Komm schon, Süße. Ich habe die Akku, genau. Ich muss nämlich doch mal ein Stückchen trinken. Okay. Heiderneu. Stirb doch einfach. Einmal. Ich behaupte, das ist ein Löwe, der hat eine Mähne. So einen Panda haben keine Mähne. So ein komisch blauer Löwe. Das ist nur so ein halb verhungertes Wasser. Gibt mich das. Wenn ich das richtig gesehen habe, war das ein bisschen Eisen. Ne? Dann war es halt ein bisschen Stahl. Ist auch okay. Und anscheinend ist es hier heiß. Irgendwas scheint hier noch akkumäßig unterwegs zu sein. Ich sehe es nur nicht. Da oben. Auch was ein netter Platz für Dinge auszustellen. Ich bin ja nicht neugierig. Da ist Licht. Guckt mal. Scheiße. Kommt hier jetzt da runter? Nee, ne? Hm. Ich bin hier mal rotzfresch. Ich bin hier mal rotzfresch. Ich finde das gut, dass du da stehen bleibst. Bin ich sehr gut. Du kannst super Contudo noch nicht hinbringen. Dein Marcus kriegt gerne auch einen Pfeil. Dreh mir nur den Rücken, ist okay. Jse. Habe ich kein Problem damit. Nö. Wie viele Pfeile habe ich überhaupt? Oh! Ich habe gar nicht mehr so viele Pfeile. Zombiespiele, ja nie Leute, nie ist klar. Ihr stirbt doch einfach. Ich fände es jetzt lustig. Wie viele Pfeile die brauchen bis die sterben? Unser einer kriegt ein, zwei Pfeile hinüber und die brauchen gefühlt 100 Pfeile. Guckt euch das an. Er ist tot. Oh, das tut mir aber leid. Im Übrigen ist jetzt mittlerweile meine Tuznel da auch hier aufgetaucht. Hat der mich getroffen? Nee, aber er ist jetzt unten. Das ist nicht schlecht. Nee, du warst halb tot, als wir jetzt nicht plötzlich wieder Leben haben. Komm. 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 Du holst dir noch eine ab. Komm. Ey. So geht man nicht mit einem Mädchen um. So. Das war das. Und dass wir überhaupt nicht neugierig sind, krabbeln wir jetzt weiter. Das ist ja nur eine Kiste. Naja. Wir haben hier fast keine Pfeile mehr. Ist ja witzig. 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 So. Wie kann einer mit einem langen Schwert auf dich einsteigen? Müsst du eigentlich, weil sie werden wieder heimsteppen müssen und dafür... Ja, was denn? Ich musste mit denen doch genauso hundertmillionenfach mit dem Schwert drauf einprügeln. Ist ja nicht so, dass die dann gleich hier wären, zu meinem Leidwesen. So, und da ist jetzt noch irgendwas lustiges. Oh, hier kein Blödsinn, Mädchen. Die Musik ist gerade schräg. Kommt da was? Töpelswacht, okay. Das sieht fast so aus, als wenn ich es hier nicht mehr so überlebe. Viel zu viele, ja. Das sieht nicht gut aus. Und dann auch noch einen Namen-Dingsbums dabei. Ui, das ist mies. Ach, ein klingeswerter wieder. Gib mir deinen Schlüssel! Ich sonst nichts mehr hinkriege, aber den Schlüssel will ich noch. Ich verstehe zwar nur die Hälfte, aber hey, Hallöchen. Das war's mal wieder. Aha, ich bin wieder verblutet. Jetzt will ich natürlich erst wissen, ob meine Tante das überlebt hat. Ja. Sie hat überlebt, dann kommt sie auch irgendwann heim. Ich spreche kein Deutsch, aber ich genieße den Stream. Ja. Dankeschön, der Össigs. Das ist doch nett. Achso, und der ist voll. Das kann raus. Silberstamm. Jetzt hätte mehr Eisen gefunden. Reparieren. Okay. 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 Ich bin überlebt. Ich bin überlebt. Hatte ich nicht Geld gefunden? Scheinbar nicht. Zumindest hat unsere Schnecke überlebt. Das Hecht, diese komische Figur kriegen wir nach Hause, die so schwer war. Silber und Gold. Gekritzelte Notiz. Das gucken wir uns gleich mal an. Was ist Stärke? Ich stelle mir diese Frage immer häufiger, während die Tage ins Land ziehen. Ich sah starke Männer sterben, weil sie kämpften, wenn sie hätten fliehen sollen. Ich sah jene, die in den Augen der Menschen als schwach galten, ihre Nahrung mit anderen teilten, wodurch sie Dankbarkeit und Schutz ernten. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Einst war ich ein Schmied und galt als stärkster Mann in meinem Dorf. Doch dann verkaufte ich dem falschen Mann ein Schwert und endete hier. Und nun, da ich hier bin, erkenne ich die Dinge, die ich zu tun vermag, die Esse zu schüren und darin die Waffe und Werkzeuge zu schmieden. Und dass diese Dinge von großem Wert sind. Wissen bedeutet Stärke. Das ist die Lektion. Okay. Aber ich glaube, die hatten wir schon mal im anderen Spiel schon solche Nuzizen. Geh auf. Das kann da rein. Dann kann die da rein. Ne, die macht da gar nicht klein. Okay. Was kommt da raus? Was kommt da hin? Was mache ich mit Obsidian? Das stelle ich erst mal da rein. Da hatten wir noch keine Verwendung. Einen Eisen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Kein Überblick. Das kann hier raus. Michi. Für dich habe ich was. Für dich habe ich was. Irgendwo. Ne. Doch, du. Nein, nein, nein. Das zue ich raus. Silberstaub. Heidenei. Mizefell und Anderesfell. Das kann eigentlich schmecken. So, irgendwas wollte man machen, wenn wir wieder zu Hause waren. Was war das? Leute, was war das? Was wollten wir wieder machen? Hm. Das weiß ich noch nicht. Also mit Gold an sich kann man Gold und Silber kann man auch so alchemistische Substanz herstellen. Ansonsten, ja. Händler oder sowas habe ich persönlich noch nicht gefunden. Soll es aber Gerüchte halber geben. Was war das? Was war da jetzt drin? Was war da jetzt drin? Ein Krok und Samen und noch mehr. Jede Menge. Was ist denn das? Im Trank der Kaderbekämpfung. Ah ja. Und noch mehr Getränke. Na dann. Eben habe ich doch die Schildkröte gesehen. Wo ist sie denn jetzt? Hä? Schildkröte? Hallo? Sie ist verschwunden. Ah. Sie läuft die Treppe hoch und runter. Also die Wege, wo sie läuft, werden auch immer weiter, oder? Sie läuft immer weiter. Das geht hier nicht rein. Das geht hier rein. Ein Trank der Kaderbekämpfung. Oh wow. Nathan? 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 So. Meinst du, sie sucht nur das Wasser, um dann wieder abzuhauen? Ja, wer weiß, ne? So. Aloe Vera müssen wir bei Gelegenheit wiederholen. Da haben wir noch Bienen und wie gesagt, Samen. So. 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 Jetzt ist wieder stockdunkle Nacht. Das kann man ablegen, das haben wir jetzt gelesen. Nö, 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 nö. Ach ja. Habe ich wieder keinen Stahl da drin? Habe ich das schon wieder rausgeholt? Echt jetzt? Ja, scheinbar. Du verschwindest? Na dann. Schönen Tag, Selen. Schön, dass du da warst. Ich brauche Stahl. Eine Weile haben wir ja immer große Mengen Stahl, äh, Eisenerz gefunden und jetzt reicht es trotzdem nicht. Witzig. Ich sitze. Ja, das geht noch. Nur kurz ein bisschen Stahl machen. Und ein Gold macht er uns. Na dann. Schnur, schnur, schnur. So, ich muss mal ein kurzes Päuschen machen, ihr wisst schon, Kaffee wegbringen und so Krams. Ich bin ja so gleich wieder da. Müsst nicht weglaufen, aber holt euch was selber auch mal was zu trinken und so. Ihr wisst ja, ne, Sommer, heiß, bla. Äh, also, bis gleich. Macht's euch hübsch. Äh, machen wir das hier an. Bis gleich. 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 Bis follows. So, da bin ich wieder. Schön, dass ihr gewartet habt. Ähh, jaaah, ein bisschen gerümbelt, aber auch wieder ein bisschen beruhigt. Hm, langsam hast бег mejores. Aber, weil, bah, es sind fast vier Stunden da. Das Hecht-hab vor fünf Stunden gefrühstückt. Ich hatte Hunger. wasser aufgefüllt zeit ist heute morgen wieder verflogen die zeit ist verflogen heute wie weit ist meine tante vom heimweg wie gesagt ich bin immer davon nicht vergessen ich bin diabetiker ich muss tatsächlich in bestimmten abständen essen um unterzucker zu vermeiden weil das kann gefährlich werden bleibt mir da nichts anderes übrig dann habe ich mir jetzt schnell eine scheibe brot noch reingeschafft und dann ja geht es ihm gleich wieder besser da hatten wir ja nichts drin große katze baby katze ist nicht zu sehen gut schildkröte ich will ja nichts sagen aber ich glaube das ist nicht so optimal wenn du hier unten rum rennst da könnte dich die katze essen wollen ich glaube nicht fast nicht dass du in der nage bist die stadt zu verteidigen die diagonyx die ist ja mal gar nicht zum kämpfen ausgelegt da muss ich da unten mal was hinstellen dass die notfalls beschützt du musst für den notfall mal unser schildkröte beschützen können da dieses katzenvieh ankommt von da erst dürfte nichts kommen aber von hier der luchs da braucht es schon schutz und wenn wir eh gerade nichts besseres zu tun haben wollen wir uns gerade das bisschen eisen da vorne mit ich kann mir nicht vorstellen dass die schildkröte ein großer kämpfer ist ich habe jetzt den erdwolf zur seite gestellt in dem ecken wo es gefährlich gerade ist und vorne wenn sie darum krabbelt das sind ihr genug diese verteidigen nie ausprobiert habe ich so nicht das ist richtig im moment rennt sie wie wild im haus das ist der schiere tatendrang ist Ich geh jetzt. Und wo bist Schildi weg hier? Wo ist sie denn? Hat sich verkrümelt. Sag nur, du schaffst die Katze nicht. Du bist ja ein Schwächling. Du bist ja ein Schwächling. Sag mal, du hast doch beeiligt. Ist sie richtig schnell? Gib mich mal. Der Hosenscheißer da hinten braucht Fleisch. So. Gutschön. Äh. Der hat ja noch kaum noch. Ja, ich kann es halt nicht ändern. Wir haben gerade nichts besseres. Wir haben es noch nicht geschafft, ein besseres Viech zu züchten. Wir finden auch nicht so furchtbar viele Babys, davon abgesehen. Was kommt noch dazu? So furchtbar viele Babys haben wir noch nicht gefunden. So. Jetzt erinnert sich ein besonderes Tier, das wir bis jetzt gezüchtet haben, ist tatsächlich die Schildkröte. Ähm. Uh. Und was brauche ich noch für Blutwurst? Blut und dann? Weiß ich wieder nicht mehr. Warte mal. Ein bisschen Blut habe ich doch noch irgendwo rumfliegen. Warte mal. Du nicht. Du nicht. Wo hab ich denn das hingestanden? Ähm. Da. Ne. Nur Blut reicht nicht, siehste. Er macht jetzt zwar jede Menge, äh. Er macht jetzt zwar jede Menge, äh. Schleimsuppe, was jetzt nicht verkehrt ist. Aber Blut alleine reicht nicht. Wobei ich hab auch nur ein Lagerfeuer davon abgesehen. Das ist sicher doch. Passiert nix. Ich meine, wir hatten es letztes Mal auch mehr, wie nur Blut, äh, in der Wurst gehabt. Aber ich hab's vergessen aufzuschreiben. Das war der Dünger. Plutus hatte ich glaube ich nicht aufgeschrieben. Äh. Das ist Brot. Tierfunzen. Honigbeeren. Äh. Hatte ich vergessen aufzuschreiben. Ist zu wenig Blut? Okay. Oh, das ist die falsche Feuerstelle. Ist ja noch die kleine. Küche hab ich ja noch nicht. Also ich hab jetzt sieben Blut drin und es hat immer noch nicht funktioniert. Seht ihr? Ach doch jetzt. Äh. Anschalten sollte man auch. Haha. Eine Blutwurst! Was hast du noch? Kann man die irgendwie abstellen? Ja! Kann man! Dann stellen wir die jetzt erstmal irgendwo hin, solange wir nichts besseres damit zu tun haben. Nicht genug Kontakt mit dem Boden. Auch das wir es dann vergessen, wo wir es hier abgestellt haben, oder wie war das? Okay. Ich bin jetzt erstmal abgestellt. So, und das kommt noch in die Dings rein. Dann denke ich mal, du könntest noch Futter brauchen, Tante. Guck mal her. Ja. Dann hat sie wieder Essen. Und die müssen wir bei irgendeinem Vieh schreien machen, sonst vergammelt mir das hier, ne? Guck mal her. Ja. Du isch dir kein Schleimsuppe, ne? Dann tust du das mal aufheben für uns. Du hast Essen. Du hast Essen. Und du kriegst die einzige Bluetooth, die ich zurzeit habe. Bitteschön. Äh, ich muss doch nochmal hoch. Ich hab noch Pusch dabei. Na, 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 na. Hm. Ich will den ganzen Klauen. So. Den Stahl wollten wir doch verösen. Achso, ja. Wir wollten Pfeile machen. Nicht ganz so viele. Fünfzig. Fünfzig. Ah. Können wir doch hundert machen. Die machen wir dann nämlich weg. Kinos. Oh. Und gleich ist er fertig. Mehr dann hundertfünfundzwanzig neue Pfeile gebastelt. Ist ja Omo nicht schlecht. Wie jede Menge Verbände. Gut, aber wir sind ja auch zu zweit. Was uns jetzt fehlt, sind Aloe Vera Tränkel. Jetzt gucke ich mal, ob ich das auf Anhieb wieder finde, wo die Aloe Vera wächst. Und nicht allzu gefährliche Gegner sind. No. Room peu motionnig installiert wird. Das ist doch jetzt schon wieder die falsche Ecke, oder? Ja. Das war doch ein Fluss. Was gibt es denn bei euch heute so zu essen? Ich meine, Mahani ist schon Mittagrängstens vorbei. Ich weiß gar nicht, wo die Zeit heute wieder hingerannt ist. Daher sind wir ja alles. Ich wollte da nicht hin. Das ist mir anders. Guck mal, die hauen sich erst mal mit so einer Toilette. Das ist schon vorbei, das ging ja flott. Ja, nur du doch da hin, ja super. Ey, das geht nicht. Die Kitti geht. Die haut ihn erst mal von hinten. Ich muss nur ordentlich einen auf die Poppes hauen. Der Knie, Bruder. Ach, wir haben noch was vergessen, seht ihr? Wir wollten ja die anderen Waffen ausprobieren. Die grüne Schleimsspucke gekriegt. Ja, wie geil. Ich bin unterwegs und habe nicht mal den Verwandten Platz. Das ist ein ganzes Schleimsspucke. Das ist ein ganzes Schleimsspucke. Ich bin unterwegs, aber... ...dannend. Reissalat mit Hähnchen-Schnitzel ist doch was leckeres. Was ich beim Jagen und Sammeln in der Küche finde, ja wie geil. Und was findet sich dann so in deiner Küche? Mann, die Viecher sind schier nicht tot zu kriegen. Irgendwie will ich zwischen den zwei raus, das gefällt mir nicht. Kleines Vieh. Oh, der hatte irgendwas dabei, das ich noch nicht kenne. Das gucken wir uns gleich an. Zeigt der mir gar nicht? Hat der das nicht... Da war doch was Grünes dabei, wieso ist das jetzt nicht hier? Ah da. Ein verwittertes Altarium, was auch immer das heißt. Dieses vermitterte Metallstück wurde aus einem der Gewölbe in dem Insel von Sipat gebogen. Herkunft und Zusammensetzung dieses Metalls sind unbekannt und das Geheimnis seiner Bearbeitung längst vergessen. Mit dem richtigen Prozess lässt sich aus diesem verwitterten Metall verwendetes Metall gewinnen. Okay. Bin ich jetzt schlauer? Nicht wirklich. Da hatten wir doch diese komischen Dinger noch gekriegt. Genau. So. Die machen wir erst mal weg. Das grüne Zeug, ja. Komm, wir sind ja fast zu Hause. Es wird ja gerade schon wieder dunkel. ss blind bunt zu haben. Du sch sesst. Die capture zu dir. Ich living das nicht. Ich verstehe mich nicht. Sag zähl mir sie ist aus demisierten Gin der Eighth bord. Ich nehme mich nicht. Wir sind gegen eine Wand gelaufen, ich wusste es doch. Was für Fluten! Ich habe noch nie Fluten gehabt, seit wir hier sind, wir sind zwar erst 6 Tage, aber Fluten haben wir noch nichts gesehen. Ich habe noch nicht gesehen. Muss ich mich jetzt veräppeln? Wo ist denn eigentlich mein Tussi? Da. Ne, so weit unten war ich nicht. Vergiss es. So weit unten war ich nicht. Super, jetzt wäre ich an dem Fluss. Da wollte ich jetzt nicht hin. Wie ich das liebe, es gibt einfach keine direkten Wege irgendwo hin. So weit unten war ich nicht. So weit unten war ich nicht. Planhst du know? Tok 9 Wind Das ist prima, doch prima, Hallöchen. So, und du hat es doch die, ne? Ja. So, nun kommen wir hier. Und du kriegst dann Dieter. Und du kriegst dann? Weiß ich auch nicht mehr. Hier? Hm. Hier? Hier. Hier kommen wir erstmal die grünen Steine hier rein. Zoom. Die herbeibeschwungen Scheine gibt es noch. Ah, okay. Hier. 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 Da vorne ist der Fluss und da rollte ich hier auch hin, weil da gibt es stellenweise nämlich ganz ordentlich Aloe Vera am Ufer und das brauchen wir. Wir haben nämlich viel, was Tränke betrifft. Seht ihr, das sind schon die ersten. Lass mich doch in Ruhe. So. Das war schon das. Und schwuppdi schwupp hat man das Gefühl eine Million Aloe Vera zu haben. Ja, ein paar Band kriegst du auch. So, dann nimmt er noch zwei Verbände. Dann habe ich wieder weniger Gewicht. Zumal wir jetzt noch das Gewicht der Aloe Vera kriegen. Mhm. 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 Ja, ja, ja. Aloe Vera. Das war jetzt mal wichtig. Fast 200 Aloe Vera haben wir mal kurz gedingst. Das sieht witzig aus, wie die mit den zwei Dolchen kämpft. Das sieht echt witzig aus. Stufe 14 ist sie jetzt. Schick schick. Vielen Dank. So richtig dem Fluss nachgelaufen sind wir ja auch noch nicht. Wir neue Tiere haben wir ja schon einiges gefunden. Ich meine hier Luchse, wir hatten schon Puma, Erdwölfe oder Erdhunde, irgend sowas. Diese komischen einen Echsen. Hm. Hm. Nur hatten wir halt bis jetzt noch nicht das Glück, was Gescheites zu züchten. Wir waren hier doch schon entlang gelaufen. Okay. Weil die Brücke da vorne hat einen Namen. Hm. Offensichtlich waren wir hier schon mal. Ich glaube, da sind wir auch mal drauf gelaufen und dann weiß ich nicht mehr. Ja. Und wieder ist der Frosch da. Ja. Ja, wir werden sehen. Es gibt überhaupt wenig Infos zu Siebbad, wenn man sucht. Müssen halt gucken. Meister Zufall wird uns helfen. Ich glaube, da hinten waren wir, glaube ich, schon mal. Ich glaube, da war das nicht diese Brücke, wo wir hin konnten und dann aber nicht mehr raus durften oder so ähnlich. Ihr wisst schon, wir durften rein, aber nicht raus. Das scheint ein Sternevieh zu sein. Ja, was denn? Das ist doch super. Kein Sternevieh. Ich bin mitten. Nein. Ja, ich bin. Tja, ich bin. Also die Chancen, die Tiere und ein bestimmtes Ding, also wir haben das gewohnte Futter gefüttert. Ich habe bis jetzt keine mächtige Katze gekriegt. Das kann aber auch Zufall sein, dass wir einfach noch zu wenige hatten. Wir haben ja Streiter vier Katzen gezogen und hatten halt noch nicht viel Glück, einen mächtigen zu kriegen. Was uns halt auch fehlt, ist halt dieses besondere Fleisch, das wir dann später hatten zum Trainieren, dass sie 14% zusätzlich Stärke kriegen und das fehlt uns hier halt auch noch völlig. Aber mei. Ja genau, das war das. Wir können jetzt über die Brücke laufen und haben keine Gegner. Und wenn wir später die Brücke verlassen wollen, haben wir dann Gegner. Jetzt stockert das Bild. Computer, machst du doch jetzt nicht schlapp, oder? Nee. Ja, hatte ich jetzt gerade auch. Also ich hatte selber im Spiel kurz ruckeln. Warum auch immer. Oh, scheint sich schon wieder zu beruhigen. Läuft wieder flüssig. Äh, genau. Und wie wir später hier weg wollen, ihr erinnert euch, waren hier plötzlich überall Gegner. Und wenn wir hinlaufen, waren keine. Also hier sind wir schon mal gewesen. Und dann hat es uns wegen irgendwas zerhupft. Na, schauen wir mal. Nee, es war im Spiel. Es war im Spiel, Kiara. Das war nicht bei euch. Es hat bei mir im Spiel kurz geruckelt. Da ist der Stream unschuldig gewesen gerade. Das war mal nur ganz kurz. Und dann hat der Computer tief durchgeatmet. Und jetzt geht's wieder. Das war hier. Genau. Wir haben noch keinen Gegner gesehen. Also stehen noch keine da. Aber nachher werden wieder welche da sein. Na, immerhin 19. Guck, habt ihr das gesehen hinter uns? Seht ihr das? Jetzt bewachen welche die Brücke. Und die waren eben nicht da. Die hat jetzt schon 19 Stärker. Also diese stärkste Sklave oder Begleiter, die man immer gehabt hat. Dann seht ihr das? Jetzt können wir nicht mehr einfach so auf die Brücke. Das Problem hatten wir das letzte Mal schon. Dass die Brücke einfach bewacht wurde. Und ja. Jetzt heißt es sich überall hier durchprügeln. Die stehen mit dem Rücken zu uns. Das ist nicht praktisch. Wenn ich das da... Den würde ich gern. Stirb einfach. Einfach sterben. Ist für dich am gesündesten. Wo ist meine Schnecke? Du hast den nämlich mal an erledigt. Nö, hast du nicht. Wo kommt denn der jetzt her? Jetzt haben wir wieder Käferchens ohne Ende. Warum nicht gleich so? So, mal gucken, ob es da hinten Kisten gibt. Nope. Aber manche solche Buchten hatten Kisten. Ich erinnere mich. Kommt jetzt ein Sturm? Nee, ne? Ernsthaft. Ich habe aber auch ein Glück. Ich habe aber auch ein Glück. Muss jetzt dieser dämliche Sturm kommen? Hmm? Hmm. 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 Das sehe ich natürlich, wahrscheinlich sind jetzt diese blöden Skelette und alles stärker wie vorher. Einmal Futter. Ist diese in letzter Zeit so hungrig wieder? Und einmal das da, dann ist die voll. Ja, könnte man, aber es gehört ja irgendwie dazu. Und wirklich passend ist er ja nie, dann müsste ich ihn ganz deaktivieren und dann fehlt hier irgendwas grundlegendes hier in Zippard, weil das gehört ja dazu, der Sturm. Das gehört ja nun mal dazu. Oh. 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 Ne, die brauch ich nicht. Eine Spinne! Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Also. Den haben wir doch schon, ne? Wie brauchst du das so lange? Den anderen habe ich ja schon tot und die Spinne. Oh Gott. So. Das war die Töne. Ach ja. Moin, geht's jetzt? Guten Morgen. Oder guten Tag, besser gesagt. Ist hier schon. Nach zwei, ach du liebes bisschen. Wie wird das jetzt komisch irgendwie? Das muss ich mal kurz in Ruhe. Hey, stopp. Guck mal, Diana ist doch die, die grübelt nicht. Ich guck. Würdest du mal da rüber gehen? Na also. Schlürf. Noch mal Schlürf. Jetzt können wir noch mal kurz miteinander schwätzen. Tschüss, halb tot wie du bist. Schaffe ich das dann jetzt auch? Wir verprügeln den Felsen. So. Mich nervt eigentlich am meisten an diesem Malstrom eigentlich nur, dass es so dunkel ist. Dass dann die Sicht entsprechend, ne? Und so. Stimmt. Wir waren hier definitiv schon mal. Wir haben irgendwie nicht viel gemacht gekriegt. Ich weiß es noch. Wir haben hier definitiv schon mal. Der hat sich feschgepackt. Gut. War das nicht der Turm, wo wir dann reingekrabbelt sind? Ne, das war nicht hier, oder? So. Und dann nichts machen konnten. Oh. 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 Nee, das finde ich so nicht. Habe ich jetzt keine Nerven, das zu suchen. Ja, aber das finde ich jetzt nicht. Keine Ahnung, die das versteckt haben. Ich habe wolkene Augen, oh. Wie hübsch. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. So, und dann noch trinken. Die hat schon wieder einen Durst, das ist unglaublich. So. Das ist die normale Brücke, ne? Ja. Ich werde da was übersehen. Ach, Sturm, geh doch einfach weg. Ja, da hatten wir das letzte Mal nämlich das Dings gekriegt, dass wir eine Zivilisation entdeckt haben. Das war hier. Ich erinnere mich. Ich sehe nichts. Deine Augen haben dich verraten. Deine Augen haben dich verraten. Ich hätte dich nicht gesehen, wenn du nicht so auffällige Augen hättest. Da ist Verderbnis. Da ist Verderbnis. Ja? Ha ha ha. Jetzt ist er wieder ein bisschen auf mich fixiert und dann kann die Tante Schaden machen um ne Hände. Ja, was reg ich dich denn so auf? Krieg ich doch nur ein bisschen auf den knochigen was auch immer. So Schnäkeln, du bist 15, ne? Ja. Wir haben dir heute mindestens fünf Level hochgezogen, Leute. Erlöst, eine Getreue wurde von den Göttern mit zusätzlicher Vitalität gesegnet. Wow, das hände ich dann. Ein Gesundheitsbonus, das ist natürlich schick. Ein Gesundheitsbonus ist natürlich auch schick. Meuschelmörder mit Gesundheitsbonus, die heilt sich jetzt sechs Punkte pro Sekunde. Hört sich nicht schlecht an, ne? Die hat jetzt schon 4.400 Leben, gar nicht mehr so übel. Guck mal her. Du hast ganz schön Schaden gekriegt. Schnell. Und das ist durch den Bonus, dass du jetzt so viel mehr Leben hast, dass es deswegen so viel aussieht. Oh, die heilt sich echt schnell gerade. Das ist nicht schlecht, gell? Könnten wir Hoffnungen kriegen, dass wir einigermaßen brauchbar sind? Und dafür, dass ihr ja Stufe 2, das sind nur eine Stufe 2 Kämpferinnen, aber hey, ne? Wir werden die nicht auf Dauer behalten, aber es ist immerhin ein Anfang. Es ist immerhin ein Anfang. Könnte ruhig noch einen haben. Ich glaube, der Strom ist vorbei. Es hört sich so an. Ja, es müsste eigentlich gleich hell werden. Ja, es ist hell. Dieses Geräusch habe ich mir wirklich gemerkt, wenn der Mahlstrom aufhört. Dieses Geräusch habe ich mir gemerkt. Oh, wo Quafferbüffel sind das jetzt auf einmal? Das gilt es nicht. Ich sehe jetzt wenigstens 5 Stück oder so. Das gilt es nicht. Einer ist gut. Halt. Stopp. Mädel, du sollst blocken. Das tut der Finger schon weh. Was kommt ihr hier zu dritt an? Das ist schlecht. Nein, nicht auf mich. Nein, nicht auf mich. Ihr habt doch was falsch verstanden. Nein, 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 nein. Hier bin ich. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Das gilt es nicht. Scheibe! Ich mach hier aber echt keinen Stich. So, einen haben wir tot. Einen. Ich lebe noch. Meine Schnecke lebt auch noch. Da habe ich keine Ausdauer mehr. Und nochmal einen Trank. Wie gut, dass ich Tränke gemacht habe. Hata kommt. Harter Kampf. Aber wir leben noch. Wir leben noch Leute. Wir leben noch. Wir sind zu fünft und wir leben noch. Oder waren zu fünft. Ich glaube, drei haben wir jetzt tot. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Stopp! Das war das. Mann, war das hart. Ja, aber ehrlich mal. Extremst aufdringlich. Und dann hatten die alle keine Beute dabei. Habt ihr das gesehen? Dann hatten die alle nichts für mich dabei. Erst zu aufdringlich sein und dann nicht mal was dabei zu haben. Das ist ja wohl eine Frechheit. Wo kommt denn der jetzt noch her? Hat auch nichts dabei. Frechheit. Das und das. Und das. Schnecke, kannst du mir das noch abnehmen? Ja. So. Ich schlepp hier lieber die Verbände. Kannst du das Glas noch nehmen? Mann, 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 Mann. Dafür hat sie jetzt schon die Hälfte von der 15 vorbei. Schon krass. Guckt euch das mal an. Ich bin fast 1000 Eisen gekriegt. Mal so ganz nebenbei. Da haben die so drauf aufgepasst. Muss ich mal reinziehen. Ein bisschen Eisen hin, die bewacht. Unglaublich. Wir sitzen mit den Tränken aus. Gehen wir uns mal noch 10 in Auftrag. So. So furchtbar viel da habe ich nicht mehr. Jo, Kinos. Was? Das war ein harter Kampf. Aber wir haben es überlebt. Das wird langsam gut. Aber hier gab es ja nichts, was man... Es macht zwar Schiss, aber hier gab es nichts. Außer das besondere Eis. Da wird noch eine Kiste bewacht. Wie nicht zugänglich. Natürlich ist es zugänglich. Wolltest du mir jetzt irgendwas erklären? Ja, nö, ne? Du knochisches etwas. Schnecke, beeil dich mal mit dem Bogeni. Okay. Die Jungs hier haben ein bisschen Redebedarf. Sehr schön. Da haben wir jetzt schon mal die Kiste. Da ist immer noch Schmuck drin. So Gold und so, ne? So. Das wollen wir hier auf jeden Fall haben. Mehr gehört hier nicht. Dieser dämliche Bogen, der stellt sich natürlich schön da hinten hin. Aber zu deinem Pech habe ich zu Hause eine Tänzerin. Ich kann mir die Verderbtheit wieder wegtanzen lassen. Und stirb. Da war was. Da war was. Zoom. Komm. Wie sie einem immer erzählen beim ersten Schlag, sie hätten noch nie was abgekriegt. Frechheit. Wolltest du den jetzt fallen lassen? Ich sehe ihn nicht. Wo hat... Ach, der Leiter doch. So Schnecker. Dir geht's gut. Nehmen wir das hier noch. Und... Das bisschen Stahl. Tun wir gleich reparieren. Dann noch was essen. Dann noch was essen. Was ist denn das da oben? Sieht so aus, als wenn da so ein Zelt oder was steht. Seht ihr das? Sieht doch aus wie ein Zelt oder so. Müssen wir uns doch mal angucken gehen. Kriegen wir bestimmt gleich eine auf die Mütze. Aber... Ich muss mir das doch angucken. Äh. Ist das nur eine? Zwei. Drei. Äh. Ich schaff das natürlich nicht. Muss ich noch mal gucken, wie ich da hoch gekraxelt komme. Da stand nämlich eine Kiste, Leute. Die will ich natürlich haben. Äh. Ganz einfach. No, 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 no. Noch was? Ne. Gibt's hier sonst nix? Schade. 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 Schade, schade. Es gibt nicht mal so ein... So ein Solager-Kennzeichnung. Schade eigentlich. Der hat dann jetzt noch ne Leiche. Die Schnecke rinsch'n drum. so Das kann weg, das kann jetzt weg. Eisen? Oh, Eisen ist gut. Dann können wir unser Schild reparieren. Dann können wir unser Schild ein Stück reparieren. Das ist doch perfekt. Zum richtigen Zeitpunkt das richtige finden. Das ist natürlich schön. So. Da ist noch so ein Lager, oder? Ja. Ja, dann. Wir sind ja gerade so schön dabei. Können wir da einfach hochlegen? Ja, wie geil. Das ist ein Up-Dingsbums. Guten Tag. Ich wollte mal kurz mit euch schwätzen. Ob ihr tolle Inhalte in euren Kisten habt und so. Die wir vielleicht teilen könnten. Nein. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, gut. Ja, gut. Danke, Six. Ich glaube, unsere Verderbtheit ist schon weg. Sehr schön. Meinst du, die wollten wissen, ob ich doch was Leckeres im Blut habe? Das kann ja jeder machen mit dem Dings. Mit dem Rib. Aber mei. Das nicht. Das kommt da hin. Ich muss wieder auf einer Heim spielen. Ich kann ja... Ich kann ja... Ich will das. So... Ich will das mal sehen. Den ich auch schon mal irgendwie drücken gehabt. Ich will das mal sehen. Ich will das mal sehen. aber wenn wir schon so unfreiwillig schon wieder daheim sind können wir das eigentlich ausnutzen könnten jetzt feierabend machen habe ich auch brav meine technik suchzeit habe ich jetzt wirklich rein geholt nein scherz aber es ist das bietet sich jetzt gerade an und so dem hier nun sind schon wieder fast fünfe halb stunden kindes ich muss ja schon wieder ins bad und ja überhaupt richtig hunger habe ich auch noch egal jedenfalls denke ich mich bei euch allen antrag stellen mit genehmigen am besten 10.000 fach und so und ich weiß schon wie gesagt also guck mal gleich mal wer noch da ist oder auch nicht mal gucken komm schon ja wie gesagt erst mal dankeschön dass ihr schon mal da war dass die im gesellschaft geleist hat dass ihr gequasselt habt tipps und tricks und so weiter ich hoffe es hat euch genauso viel spaß gemacht wie mir ja im moment scheint sogar kurz mal die sonne zwischen mehreren regenschauern niemand da ok ja dann würde ich sagen dann wünsche ich euch tatsächlich einen guten tag weil es ist niemand da so lasst es euch gut gehen und ja wenn nichts dazwischen kommt dann bis morgen da wird es ja wieder ein bisschen ruhiger ihr wisst die media deines die samstag ist mittelalter tag und dann schauen wir mal bis dort hin ciao 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 ciao